Hallo und herzlich Willkommen zum HEIKA Symposium am 26. Mai 2020. Mein Name ist Hanna-Sophie Lücke, ich freue mich sehr, Sie als Moderatorin durch diese spannende Panel-Diskussion mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Leiden zum Thema KI im Dienste des Menschen? Möglichkeiten und Grenzen. Das HEIKA Symposium wird veranstaltet von der Universität Heidelberg und dem Karlsruher Institut für Technologie im Rahmen ihrer strategischen Kooperation HEIKA. Das Symposium findet einmal jährlich statt und dieses Jahr haben wir eine ganz besondere Situation. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das HEIKA Symposium zum ersten Mal als Online-Format statt. Wir haben hier also heute eine Premiere und ich freue mich sehr schön, dass Sie, liebes Publikum, den digitalen Weg aus dem Homeoffice zu uns gefunden haben in unsere Homeoffices. Ich darf Ihnen zunächst Ihre Gastgeberin vorstellen, die Technikphilosophin und Physikerin, Frau Prof. Dr. Dr. Raffaela Hillerbrandt. Herzlich Willkommen. Sie ist die geschäftsführende Direktorin von HEIKA und die Direktorin der Forschungsbrücke HEIKA Explore. Liebe Frau Hillerbrandt, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Kurz für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die HEIKA noch nicht kennen. Die Heidelberg-Karlsruhe Strategic Partnership ist ja ein sehr neues, ein sehr junges Projekt. Was sind die Ziele dieser strategischen Zusammenarbeit zwischen der Universität Heidelberg und dem KIT Karlsruhe? Ja, die strategische Partnerschaft, Sie haben es erwähnt, zwischen dem KIT und der Uni Heidelberg existiert tatsächlich erst seit 2018. Sie erweitert aber eine ältere Forschungspartnerschaft zwischen beiden Unis, die seit 2011 existiert. Und zunächst ergänzen sich mal beide Partner optimal, Heidelberg als traditionsreiche Volluniversität und das KIT als älteste deutsche technische Uni. Beide übrigens im Rahmen des letztjährigen Exzellenzwettbewerbs durch den Bund als zwei von elf deutschen Exzellenzuniversitäten ausgezeichnet. Was wir jetzt in HEIKA wollen, ist eben diese Komplementarität dieser beiden Wissenschaftsinstitutionen dazu zu nutzen, zentrale gesellschaftliche Herausforderungen vonseiten der Wissenschaft anzugehen. Also vom Klimawandel bis zu Fragen des Umgangs mit KI sind all diesen Problemen ja gemeinsam, dass man sie eben nur durch interdisziplinäre Anstrengungen lösen oder angehen kann. Und hier haben wir, denke ich, durch die Partnerschaft der beiden Universitäten wirklich exzellente Bedingungen. Und vielleicht noch ganz kurz für alle, die HEIKA nicht kennen, kurz über die Arten der Zusammenarbeit, denn die ist sehr unterschiedlich und soll eben auch rein für verschiedene Formen der Kooperation geben. Also von Forschung, aber auch natürlich Lehre und anderes. Also wir haben zum Beispiel ein gemeinsames Exzellenzcluster zum 3D-Druck, zur Artikelben Fertigung, eine HEIKA-Graduiertenschule, verschiedene Forschungsbrücken, bei denen Konsortien von beiden Unis zu breiten Themen Anträge jährlich stellen können. Und wir haben mit HEIKA-Explore ein sehr flexibles Instrument, um sehr frei, auch im jährlichen Turnus, Potenziale zu fechterübergreifend und universitätsübergreifend interdisziplinären Zusammenarbeit umzusetzen. Jetzt könnte ja das Thema des diesjährigen HEIKA-Symposiums aktueller wirklich nicht sein. KI im Dienste des Menschen? Die Themenfindung fand ja vor Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Wir haben im April zusammen mit dem HEIKA-Management-Team um Geschäftsführerin Frau Dr. Regine Kleber besprochen, dass wir natürlich auch aufgrund dieser Ausnahmesituation die künstliche Intelligenz in Bezug auf die Corona-Pandemie beleuchten wollen. Wir werden mit unseren Expertinnen und Experten auch noch natürlich darüber sprechen. Aber zunächst Ihre Einschätzung, Frau Hüllerbrandt. Was sind die Chancen von KI für die aktuelle Lage? Wo wird KI hier schon angewendet? Ja genau, das Big Data und KI vor allem in der Form von maschinellem Lernen helfen ja heute schon zu besseren Daten über die Ausbreitung der Corona-Infektion. Die Daten beispielsweise, die wir alle von der Johns Hopkins Universität mehr oder weniger regelmäßig konsumieren, sind ja unter anderem durch maschinelle Lernen-Algorithmen aufbereitet. Und auch in der medizinischen Forschung wird KI heute schon eingesetzt, auch schon vor Corona, in der Bildgebung, etwa allgemein in der Datenverarbeitung. Und in der derzeitigen Corona-Epidemie hoffen eben viele in Forschung und Entwicklung mit Hilfe von KI auf eine effizientere Entwicklung von Studienmitteln von Impfstoffen. Das letzte Heike-Symposium, das war letztes Jahr, 2019, damals noch analog und vor Corona, beleuchtete es schon die Aspekte von benannten Auswirkungen und Nebenwirkungen der KI in der Medizin. Und uns ging es ähnlich wie mit dem diesjährigen Symposium darum, vielleicht um zwei Ideen, erst mal KI aus den gängig diskutierten Anwendungen wie autonomes Fahren herauszuheben. KI wird auch in der Medizin angewandt, aber auch in anderen Bereichen. Und, und das ist vielleicht noch wichtiger, die heute existierende KI zu diskutieren und ihre ethischen und sozialen Implikationen zu reflektieren und sich nicht in einer Art Science-Fiction-Ethik über zukünftige KI, die vielleicht kommt oder nicht kommt, auszutauschen. Und ich denke, dass dieser Diskurs über die ethischen sozialen Implikationen von KI heute so wichtig ist, zeigt sich ja vielleicht unter anderem darin, dass zum Beispiel die EU erst letztes Jahr eine Richtlinie herausgegeben hat, die Ethics Guidelines for Trustworthy AI, unter der unter anderem Judith Simon, Professor Judith Simon, eine unserer heutigen Panel-Teilnehmerinnen, mitwirkte. Und ich denke, diese ethischen Herausforderungen lassen sich auch sehr deutlich machen in einem Projekt, das unter anderem Jessica Hilsen und andere Wissenschaftlerinnen, unter anderem ich, zusammen mit dem VDE durchgeführt haben. Und zwar war es unser Ziel, ja, so ein KI-Ethik-Label zu etablieren, zu entwerfen. Das haben wir auch Anfang des Jahres, also im Frühjahr diesen Jahres vorgestellt. Und es ging darum, eine Klassifizierung von KI analog zu der Klassifikation von elektrischen Geräten, die wir alle kennen, in A, B, C, zu entwerfen. Was deutlich wird, ist natürlich, dass hier viel mehr ethische und soziale Fragen, die miteinander in Wechselwirkung treten, herausragend und nicht nur die Umweltaspekte, wie wir sie über Klassifikation von elektrischen Geräten haben. Und ich denke, darum wird es heute zentral in diesem Panel auch gehen. Ein großer Schwerpunkt heute bei uns im Panel auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Hillerbrand, für Ihre Einschätzung. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Sie die Info. Frau Hillerbrand wird für Sie während der Veranstaltung in unserem YouTube-Chat zur Verfügung stehen, zusammen mit unserem Chat-Moderatoren-Team. Das sind Juli Speer und Paul Grünke. Beide sind Doktoranden. Sie machen ihre Promotion zu epistemischen Spekten von Computersimulationen und maschinellem Lernen. Und Sie werden alle drei für Sie im Chat dann zur Verfügung stehen. Ab jetzt. Ihre Fragen, liebes Publikum, können Sie also dort stellen über den YouTube-Chat. Und unser Team sammelt sie dann und gibt sie an mich weiter. Im Anschluss an die Diskussion wird es dazu dann eine Frage-Antwort-Runde mit unseren Expertinnen und Experten geben. Neben den Panel-Teilnehmerinnen und Panel-Teilnehmern sind Axel Fischer, hier unter dem Namen AF und Regine Kleber. Ich habe sie eben schon kurz vorgestellt, unter RK für die technische Moderation der Web-Konferenz hier zu sehen. Die Aufzeichnung der Veranstaltung, die werden wir dann auch für Sie zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich machen. Ja, ich beginne mal einfach mit einem Zitat, denn Künstler sind ja oft die Vorausdenker unserer Gesellschaft. Ein Zitat von Joseph Beuys. Die Zukunft, die wir uns wünschen, muss erfunden werden. Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Und das gilt natürlich auch für KI und daher widmen wir uns diesem Thema aus einer interdisziplinären Perspektive in unserem Heiker-Symposium mit Fragen zur Ethik, zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung, zur Politik und zur Philosophie. Und damit wollen wir heute alle zur kritischen Reflexion der gegenwärtigen Entwicklung beitragen und die Chancen und Risiken von KI ausloten mit Ihnen, dem Publikum, gemeinsam. Und ich freue mich sehr, dass die Expertinnen und Experten in unserer Panel-Diskussion führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, die zur KI forschen, sie anwenden, sich aber auch ethisch und philosophisch damit auseinandersetzen. Bevor wir also jetzt in die Diskussion einsteigen, darf ich Ihnen kurz unsere Expertenrunde vorstellen, auch mit Ihrer jeweiligen These zum Thema KI. Herr Prof. Dr. Armin Grunwald ist der Leiter des Instituts für Technikfolgen, Abschätzung und Systemanalyse am KIT Karlsruhe. Und seine These zum Thema KI lautet, KI ist in vielem dramatisch besser als Menschen. Das macht nichts. Jede Technik ist in irgendetwas besser als wir. Herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Armin Grunwald. Frau Prof. Dr. Judith Simon, Professorin für Ethik in Informationstechnologie von der Universität Hamburg. Ihre These ist, KI in den Dienst des Menschen zu stellen, ist gleichermaßen eine erkenntnistheoretische, ethische und politische Aufgabe. So müssen wir zum Beispiel erstens nachvollziehen können, wie und wie gut KI schon funktioniert, untersuchen, welche Auswirkungen sie haben kann auf unterschiedliche Personen und Drucken und aushandeln, drittens, welche Werte, Prinzipien oder Normen die Gestaltung und den Einsatz von KI leiten sollen. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Prof. Dr. Judith Simon. Herr Prof. Dr. Georg Wenzelburger, Politikwissenschaftler und Universitätsprofessor für Policy-Analyse und politische Ökonomie an der TU Kaiserslautern. Seine These lautet, diejenigen Akteure, die mithilfe von KI über Menschen entscheiden, müssen über die Stärken und Schwächen des Systems genau Bescheid wissen. Die Gesellschaft und die Politik muss eine Diskussion darüber führen, welche roten Linien für den Einsatz von KI gelten. Wir freuen uns auf Herrn Prof. Dr. Wenzelburger. Herr Dr. Johannes Schemmel, Leiter der Forschungsgruppe Electronic Visions im Rahmen des Human Brain Project von der Universität Heidelberg. Seine These, KI ist mehr als autonomes Fahren. In Form des neuronalen Rechnens kann uns KI helfen, die Grundlagen der biologischen Intelligenz zu verstehen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ich begrüße Herrn Dr. Johannes Schemmel. Frau Privatdozentin Dr. Jessica Hesen, Leiterin des Forschungsschwerpunkts Medienethik und Informationstechnik von der Universität Tübingen. Ihre These lautet, KI im Dienste, welches Menschen? Es gibt Menschen mit den unterschiedlichsten Interessen, Motivationen und Identitäten. Wie bei allen anderen technischen Handlungsfeldern muss auch für KI nach einem gerechten Interessenausgleich und einer normativen Rahmung gesucht werden. Der Slogan KI für den Menschen an sich sagt noch nichts aus und verdeckt produktive Konfliktlinien. Frau Riesen hat auch noch eine zweite These, mit der wir jetzt direkt in die Diskussion einsteigen. KI ist nur so gut wie die Menschen, die sie einsetzen. Insbesondere die epidemischen Statistiken und Prognosen im Zusammenhang der Corona-Pandemie zeigen, dass bereits kleinste Veränderungen der Parameter bzw. Algorithmen zu sehr stark veränderten Resultaten führen können. Um hier zu belastbaren Resultaten zu kommen, sind interdisziplinäre Experten-Teams gefragt, die sich KI-Anwendungen zunutze machen können. Und damit noch einmal ein herzliches Willkommen in die Runde unserer Expertinnen und Experten. Schön, dass Sie da sind. Frau Hesen, wenn wir auf Ihre letzte These jetzt eingehen, Stichwort Corona-Pandemie. In welcher Form sind denn bei den aktuellen Statistiken und Prognosen zur Ausbreitung des Virus schon diese KI-Experten, die Sie einfordern, am Werk? Ja, die können wir natürlich nicht sehen. Das sind nicht die großen Experten wie jetzt die Epidemiologen, die jetzt anlaut im Fernsehen sind, sondern da geht es vor allen Dingen darum, statistische Erhebungen im Zuge der Corona-Geschichte jetzt zu präsentieren und dann tatsächlich auch im Hintergrund vor allen Dingen für die Epidemiologen zugänglich zu machen. Und da können wir eben sehen, dass hier tatsächlich für die kleinen Veränderungen in den Kalkülen, was man jetzt einbeziehen muss in die Algorithmenberechnung zum Beispiel, dass die sehr große Auswirkungen haben darauf, wie jetzt genau zum Beispiel die Todesrate berechnet werden kann oder welche Faktoren eben einfließen. Wenn wir zu verifizierten Wissen kommen wollen, ist natürlich das genau wichtig, dass wir wissen, wie diese Parameter gewählt sind und was genau die Stellschrauben sind, die zu diesen Entwicklungen dann führen. Vielleicht einfach mal in die Runde Ihre Einschätzung von unseren Experten, in welcher Form jetzt schon diese KI am Werk ist, um diese Statistiken zu erfassen zur Corona-Pandemie. Herr Wenzelburger, möchten Sie mal sich vorwagen? Ich wage mich gerne vor. Ich kann zu Corona nicht so wahnsinnig viel sagen, aber was anderes sozusagen, ich glaube, es ist auch nicht unbedingt die Corona-Frage, die jetzt hier entscheidend ist, sondern es ist eher so, dass wir eben es mit einem grundsätzlichen Phänomen zu tun haben, dass wir beim Einsatz von Algorithmen, ich habe ein bisschen Forschung gemacht im Bereich der Strafjustiz, also die Frage zum Beispiel, wie Rückfallquoten ausgerechnet werden von Straftätern, dass wir eben da teilweise ganz unterschiedliche Systeme im Einsatz haben und nicht immer unbedingt diejenigen, die diese Systeme anwenden, wissen, was genau dahinter passiert und eben auch genau diese Anfälligkeit sehen, die Frau Hesen gerade angesprochen hat, dass wir eben bei Veränderungen von bestimmten Parametern auch teilweise noch Veränderungen im Outcome haben. Also es gibt dann in den USA beispielsweise so einen Risk-Score, da wird da für Straftäter oder mögliche Straftäter eben kalkuliert und dann ist die Frage, wie wird da eigentlich kalkuliert? Wenn man sich das mal genauer anschaut, was die Algorithmen da machen, dann ist das teilweise sehr unterschiedlich. Da werden auch ganz unterschiedliche Faktoren einbezogen und auch da sehen wir, dass es eben nicht immer so einfach ist, sozusagen zu klaren Aussagen zu kommen. Und die Gefahr sehe ich eher darin, dass sozusagen das, was man als Output bekommt von so einer Software, was meistens die Anwender dann sehen, dass der dann häufig so hingenommen wird, anstatt sozusagen sich auch zu hinterfragen, okay, was würde denn passieren, wenn ich einen Parameter ein bisschen verändere und es kommt ein ganz anderer Output am Ende bei raus. Und diese Frage sozusagen, wie benutze ich eigentlich KI, wenn ich eine Entscheidung treffen will oder das nutze, um Entscheidungen zu treffen, das ist, glaube ich, einfach zunächst nochmal nochmal eine Frage an diejenigen, die das anwenden, die sich eben hier aus meiner Sicht auch gut informieren und gut bilden müssten, damit das funktionieren kann. Jetzt hat die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft ja sehr verändert und die Folgen werden lange nachwirken. Wie zuverlässig ist denn KI schon in diesen Zeiten? Vielleicht mal die Frage an Sie, Frau Simon. Können, müssen wir uns hier auf KI schon verlassen? Ich gehe vielleicht, wenn ich darf, nochmal einen Schritt zurück bei der Frage, wo das denn alles eingesetzt wird. Also um das ein bisschen auch zu demystifizieren, im Grunde genommen reden wir ja von statistischen Verfahren unterschiedlicher Natur und da werden sozusagen, es geht nur um die Analyse von großen Datenmengen und da werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt, die können von linearer Regression, was man auch auf kleinen Daten macht, bis eben zu Deep Learning laufen. Da gibt es unterschiedlichste Verfahren, unterschiedliche Stärken und Schwächen, die sind auch unterschiedlich gut darin nachzuweisen, wie sie genau operieren. Das heißt, je komplexer die Verfahren sind, umso schwieriger ist, nachzuvollziehen, auf Basis welcher Kriterien wie entschieden wurde. Das heißt, diese Software macht im Grunde genommen nicht viel anderes, also ich überspitze es jetzt ein bisschen, als Muster zu erkennen, als gegebenenfalls zu klassifizieren, zu sagen, das sind Hunde, das sind Katzenbilder, das ist pathogenes Gewebe, das ist gesundes Gewebe und da verwendet man unterschiedliche Verfahren. Und je nachdem, wie die Verfahren genau funktionieren, kann ich genau sagen, auf Basis von was diese Entscheidung gefällt wurde oder eben nicht. Und da kann ich aus der Außenperspektive überhaupt nicht bewerten, ob jemand jetzt eine einfach nachvollziehbare statistische Analyse gefahren hat oder eine sehr komplizierte. Das heißt, eine Aussage darüber, in welchen Bereichen da was genau eingesetzt wird, ist oft überhaupt nicht transparent. Da müsste man wirklich genau wissen, auf Basis welcher Daten, welche Verfahren verwendet werden. Und ich glaube, das ist sehr stark sachbezogen. Und in manchen Bereichen wird man für Simulationen oder auf großen Datenmengen eben auch vielleicht unterschiedliche Verfahren mal gegeneinander laufen lassen und gucken, was kommt zu welchen Ergebnissen und dann entscheiden, kann ich bestimmte Nicht-Erklärbarkeit in Kauf nehmen, weil die Performance besser ist, oder mache ich lieber andere, wo ich besser nachvollziehen kann, wie das funktioniert. Ich hoffe, das war ein bisschen nachvollziehbar. Bei mir war es nicht zu sagen, im Grund reden wir über statistische Verfahren unterschiedlicher Komplexität und Nachvollziehbarkeit. Würde ich gerne mal reingehen, wenn ich darf. Ja, Judith, du hast so schön das Wort demystifizieren verwendet. Und ich glaube, das ist echt total angesagt und notwendig. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren eine Reihe von so Mystifizierungswellen von Technik gesehen, die Nanotechnologie, die synthetische Biologie. Jetzt ist es dann, war es erst die allgemeine Digitalisierung, und jetzt ist es die KI, da meinten Mystifizierung, die einen erwarten das Heil, ja, danach ist irgendwie die KI für alle tollen Dinge zuständig, die wir in Zukunft haben werden, und die anderen erwarten das Verderben. Und ich glaube, das ist gerade falsch. Ja, da rennen sich so Diskurse auch fest an solchen spekulativen Übertreibungen. Und ich finde da den Titel, den habe ich ja nicht gemacht, deswegen darf ich das sagen, den Titel dieser Veranstaltung eigentlich ganz schön, weil der ja die Frage danach stellt, wofür kann denn KI ein gutes Mittel im Dienste des Menschen sein? Aber das ist eher die Richtung, worauf wir hinaus müssen. Und dann kann man natürlich überlegen, was kann KI bei Corona helfen? Ich weiß nicht, was es hilft, nur zum Thema Mystifizierung. Es gab ja das Gerücht, KI hätte den Coronavirus schon entdeckt, bevor die Menschen ihn entdecken hätten. Das ist natürlich völliger Unsinn. KI kann kein Virus entdecken. KI hat nur mit der Überwachungssoftware gesehen, dass in Wuhan und Umgebung die Menschen sich auf einmal anders verhalten. Ja, das hat KI gesehen, aber sie kommt ja nicht auf die empirische Ebene, da einen Virus zu finden. Also das geht dann nicht. Und dieses, was geht, nicht gut auseinanderzuhalten, ich glaube, das ist so eine Aufgabe, jetzt wirklich nötig. Herr Schemmel, wollten Sie etwas sagen? War das ein Handheben oder? Ich glaube, Herr Schemmel, Sie haben noch Ihr Mikrofon ausgeschaltet. Ah, so, jetzt. Das war kein Handheben, aber ich würde hier gerne was hinzufügen, weil ich das absolut unterstützen muss, die Demystifizierung. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist leider zu sehr geprägt von Science Fiction und zu wenig von der Wissenschaft. Was wir im Moment an KI haben, ist äußerst bescheiden in Bezug auf das I in KI, also Intelligenz. Und trotzdem denke ich, dass es sehr wichtig ist, diese Veranstaltung zu machen, weil die Entwicklung geht natürlich in die Richtung, dass KI irgendwann zu dem werden wird, was wir jetzt in den Science Fiction sehen. Und die Umwälzungen werden erst dramatisch werden in Zukunft. Im Moment erleben wir sozusagen so einen Vorgeplänkel, zum Beispiel diese Parameterabhängigkeit der Corona-Vorhersagen, die hätte man auch bei anderen statistischen Verfahren, die nichts mit KI zu tun haben. Bei KI ist es nur schwieriger, weil es da die mathematischen Zusammenhänge nicht mehr so klar sind und es sehr viel schwieriger ist, ohne, sagen wir mal, das Ganze einfach nochmal zu machen, diese Abhängigkeiten vorherzusagen oder die Stabilität der Vorhersage bezüglich der Parameter vorherzusagen. So gesehen ist es wichtig, dass man bewusst ist, welche Methoden verwendet werden und es damit sorgfältig umgegangen wird. Aber die wahre Leistung der KI im Dienste der Menschen, die werden wir, denke ich, erst in den nächsten Jahrzehnten erleben, wenn der technische Fortschritt KI wirklich intelligent macht und nicht nur zum besseren Muster erkenne. Also würden Sie sagen, dass KI momentan noch keinen wirklichen Beitrag geleistet hat zur Eindämmung der Corona-Pandemie? Verstehe ich Sie da richtig und wie beurteilen Sie, wenn ja, denn die Zusammenarbeit von Politik und Forschung, was die Qualität der Daten angeht zu den Infektionszahlen, wie es aktuell erfasst wurde? Also Stichwort Datenverfügbarkeit bei den Gesundheitsämtern. Ich bin natürlich jetzt auch überhaupt kein Experte zu Corona und der Datenauswertung bei Corona, aber ich nehme an, dass KI teilweise eben als statistische Methode zum Einsatz kommt, genauso wie andere Methoden auch, aber ich denke, es ist nicht relevant. Am relevantesten, denke ich, ist die Wirksamkeit der KI tatsächlich im Internet zu beobachten. Also zum Beispiel Ihre Suchanfragen, die Qualität der Antworten, die Sie bei Google bekommen, das wäre ohne KI nicht mehr möglich. Sehen das unsere anderen Experten genauso oder würde jemand vielleicht der KI auch schon einen höheren Stellenwert zuteil kommen lassen, jetzt in der aktuellen Situation? Gerne, Frau Simon zuerst. Ja, vielleicht, also vielleicht nochmal, wenn ich darf, einen Schritt zurück. Im Grunde genommen, die Geschichte der KI ist ja, es geht ja lang, es wird so der Wendepunkt von der Vorgeschichte zur Geschichte der KI so in die 50er gelegt, wo dann gesagt wurde, okay, es geht im Grunde genau darum, mit Computern menschliche Kognitionen nachvollziehen zu können, versucht zu simulieren, menschliche Entweder Ersetzungsleistungen, Spracherkennung und Ähnliches, um dann Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie das menschliche Denken funktioniert. Da gab es seit den 50ern immer wieder Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen, das fiel dann unter die Winter der KI und die Sommer der KI und im Moment sind wir wieder auf einer großen Hochphase. Und der Grund, warum wir gerade so eine große Hochphase haben, ist eben, dass wir sehr viele Fortschritte auch in bestimmten Teilbereichen menschlicher Kognitionen haben, wie eben Spracherkennung, Mustererkennung, Computer Vision und Ähnliches, weil wir statistische Verfahren laufen lassen auf großen Datenmengen. Das heißt, es gibt eine alternative Idee, wie man Übersetzung macht. Und deswegen ist es im Grunde genommen ein Fortschritt in einem Bereich, nämlich in der statistischen Analyse großer Datenmengen, die in der Masse noch nicht verfügbar waren, wo es kleinere oder auch größere Entwicklungen in den statistischen Verfahren gegeben hat, aber vor allen Dingen die Daten, die jetzt. Und durch die Anwendung dessen hat man in bestimmten Teilbereichen der Intelligenz, der künstlichen Simulation der Intelligenz, Fortschritte gemacht. Und deswegen ist tatsächlich auch das, was man auf Corona übertragen kann, tatsächlich wieder nur dieser Teilbereich, dass man jetzt Daten hat und auch den verschiedene Verfahren. Also das muss man, glaube ich, trennen. Sozusagen diese statistischen Verfahren einerseits und das Ziel der Simulation menschlicher Kognitionen. Und da werden eben Teilbereiche unterschieden. Ich hoffe, dass das so ein bisschen das klarer gemacht hat. Und im Grunde genommen, bei Corona geht es eben dann auch darum, welche Daten verwendet ich. Und je größer, je umfangreicher, je diverser, je fehleranfälliger die sind, umso eher brauche ich maschinelles Verfahren, um diese großen Datenmengen zu durchpflügen, sozusagen. Und da wird es eingesetzt, wenn zum Beispiel eben Social-Media-Daten oder sozusagen Datenspende-Apps oder so was. Nehmen wir so was an, Datenspende-Apps vom RKI. Also ich weiß jetzt nicht, was die da einsetzen, aber stellt man sich vor, man hat ganz viele Daten von vielen Nutzern über so was wie Blutdruck, Herzfrequenz oder was auch immer. Und wenn man dann daraus Muster erkennen will, die man korreliert mit späteren Infektionszahlen. Das wäre sozusagen so ein Beispiel, wo man versucht, sozusagen Klassifikationen herzustellen. Was die da genau einsetzen, weiß ich nicht. Aber das wäre so eine These, wo man das gegebenenfalls einsetzen könnte. Aber ich verlasse mich da auch auf Inert Schemmel. Er ist da Fachmann. Ich bin nur die Philosophin hier. Aber das klingt für mich schon so, als wäre es erst in der Entwicklung und wäre jetzt so in der umfassenden Form noch nicht angewandt worden. Also es gibt Möglichkeiten der KI, konnte jetzt aber bei der aktuellen Pandemie noch nicht so umfassend angewandt werden, obwohl die Daten schon da wären. Also KI wird halt verwendet für ganz viele unterschiedliche Sachen. Und wenn man sich überlegt, dass die menschliche Intelligenz ja ganz viele unterschiedliche Aspekte umfasst, so ist die künstliche Intelligenz umfasst eben auch unterschiedliche Aspekte. Und da werden eben unterschiedliche Dinge simuliert, wie eben Sprachverstehen oder Ähnliches. Deswegen kann man nicht sagen, die KI ist realisiert oder nicht, sondern es geht eigentlich um eine künstliche Simulation bestimmter menschlicher Fertigkeiten und die Komponente, die am stärksten jetzt sozusagen sich entwickelt, ist in Form der Mustererkennung. Ich meine, die KI ist ja in ganz subtilen Bereichen aktiv. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier eine Videokonferenz haben, dann wird normalerweise das Kamerabild auch schon gefiltert, Rausch- und Erdrückung gemacht mit Methoden der KI. In solchen, sagen wir mal, unterschwelligen Bereichen, die jetzt keine so großen ethischen Fragen aufwerfen, da ist KI nicht mehr wegzudenken, denke ich, in der Praxis. Wir haben auch menschliche Techniker noch dabei. Also es ist auch hier noch eine Zusammenarbeit, aber ist ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Trotzdem einfach mal nochmal die etwas provokative Frage an Sie. Sind denn in Zukunft KI-Experten und Mathematiker mehr gefragt als Virologen? Frau Hesen? Ja, ich meine, diese Geschichte mit KI und Corona ist ja so, durch KI wird niemand gesund in der Corona-Krise. Und die KI ist auch nicht im Krankenhaus aktiv. Und die KI berät uns auch nicht, wenn wir Husten haben. Also ich glaube, das, was Sie jetzt ja zu Recht nachfragen, das ist das, was wir jetzt häufig in der Öffentlichkeit finden, dass man versucht, jetzt im Nachhinein so einen starken Bezug herzustellen zu KI oder zur Digitalisierung. Und das ist tatsächlich ein bisschen fragwürdig, weil das, was wir sehen jetzt in der Corona-Krise ist, dass hier ganz andere Dinge wichtig sind, dass hier die Zusammenarbeit von Expertenteams zum Beispiel wichtig sind. Und es gibt tatsächlich einige Dinge, die auch auf KI angewandt werden, die sehr wichtig sind, nämlich zum Beispiel Wissenschaftskommunikation hat eine ganz neue Blüte und auch Fragen der Transparenz. Und daran kann man erkennen, wenn die Menschen erkennen können, dass eine Anwendung wichtig und sinnvoll ist oder dass eine Maßnahme wichtig ist, dann verhalten die sich auch eher so. Also man sieht daran eher, dass Wissenschaftskommunikation das Medium ist letztendlich, um die Leute überhaupt, sagen wir mal, selbstmotiviert zu beteiligen zu machen und den Gesundheitsschutz eben ernst zu nehmen. Und man sieht auch, dass Aufklärung nur tut. Und das sind auch die Prinzipien, die auch auf den Umgang der KI zutreffen. Und als Ergänzung, ich meine, die Corona-Krise ist ja irgendwie so etwas wie, da hat sich die analoge Welt mal wieder mit Macht zu Wort gemeldet. Ja, vorher war das doch irgendwie so, wenn das Wort Virus irgendwo aufkam, haben die meisten ganz erschrocken und hintergedacht. Und auf einmal schlägt die analoge Welt zurück. Und daher halte ich die Frage in ihrer Entweder-Oder-Sache eigentlich für nicht zielführend, weil wir werden immer Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen brauchen, die sich auch mit der analogen Welt befassen. Denn letztlich leben wir in dieser Welt und die wird auch weiterhin ihre Überraschungen produzieren. Ja. Dennoch hätte es ja sein können, dass man jetzt diese Anwendung oder diese Möglichkeiten durch KI stärker hätte einsetzen können, durch eine bessere Datenverfügbarkeit, zum Beispiel bei den Gesundheitsämtern. Warum hat man das da noch nicht stärker eingesetzt, diese Methoden? Darf ich oder wer ist? Sehr gerne. Ja. Also, Frau Lücke, was Sie sagen, das hat natürlich eine Berechtigung. Also man kann sagen, wenn wir in einer völlig datafizierten Gesellschaft leben, also man kann auch sagen, in einer völlig überwachten Gesellschaft leben, dann kann man wahrscheinlich in Zukunft auch mit Hilfe von KI solche Virusinfektionen, die sich global verbreiten, früher erkennen. Trotzdem stellt sich dann aber auch hier die Frage, wollen wir das dann überhaupt? Also man kann, wenn man auf Sicherheit setzt und wenn man alles erfasst, dann kann man tatsächlich sehr viele Dinge vorhersagen, aber dann haben wir keine freie Gesellschaft mehr. Das ist natürlich jetzt ein sehr gutes Stichwort, was sich damit sofort auftut. Das Stichwort des Vertrauens natürlich erst einmal, aber auch der Verantwortung und der Solidarität, gerade für neue Technologien wie KI. Das Wort Solidarität war ja zu Beginn der Corona-Pandemie in aller Munde. Und hier vielleicht einfach mal die Frage, weil wir ja auch heute das Ganze in einer philosophischen und ethischen Richtung beleuchten wollen und ich habe deswegen auch ein bisschen stärker eben nachgehakt, weil ich auch gerne noch zu diesem Punkt kommen wollte mit Ihnen. Welches Vertrauen haben wir denn überhaupt in die Daten, die elektronisch generiert sind? Welches Vertrauen haben wir da schon, das einem Algorithmus zu überlassen, wenn es um so zentrale Situationen geht, wie Sie sie derzeit erleben und wie es in Zukunft und ja auch schon in der Vergangenheit da waren? Vielleicht Herr Wenzelburger einmal. Ja, also ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage und das hat auch was mit der Demystifizierung zu tun, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Also wenn wir davon ausgehen, dass es letztlich darum geht, mit statistischen Methoden, Verfahren der Mustererkennung herauszufinden, was das Risiko ist, dass wir jetzt hier mit einem infizierten oder nicht infizierten Person zum Beispiel zu tun haben, dann ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, diejenige, welche Datenqualität liegt dem Ganzen zugrunde. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche, zum Beispiel kennen wir aus der Forschung von der Kriminologie, wo ich auch mich selbst ein bisschen rumtreibe, wissen wir, dass die ganzen Vorhersagen von beispielsweise Rückfälligkeit natürlich darunter leiden, dass wir nicht alle Leute erfassen, die Straftäter sind und damit haben wir natürlich ein großes Dunkelfeld, das ist auch bekannt in der kriminologischen Forschung. Trotzdem nutzen wir diese Daten zu Straftätern, zu Leuten, die zur Rückfälligkeit letztlich um darauf aus diesen Daten, Sie wissen, wird jemand rückfällig ja oder nein, das wird dann vorhergesagt über bestimmte andere Faktoren, wie wir das in der klassischen logistischen Regression beispielsweise machen würden, die werden gewichtet, je nachdem, was ist das Einkommen der Person, wo kommt der her und so weiter. Und sowas könnte man sich natürlich auch vorstellen im Bereich von, sage ich jetzt mal, ohne Virologe zu sein, um Risiko abzuschätzen, was Infektionen angeht. Und auch da ist die Frage, wie gut ist die Datenqualität? Mehr Daten bringen uns nur dann was, wenn die nicht verzerrt sind und wenn wir sozusagen eine systematische Verzerrung haben, also schlicht und einfach all diejenigen, die nicht erfasst werden von unseren Verfahren, nicht in den Daten drin sind, dann ist auch wahrscheinlich unsere Vorhersage, die wir mit statistischen Verfahren machen, an der Stelle nicht wirklich zielführend. Und das, denke ich, sind so ein Punkt, Datenqualität. Datenqualität ist für mich ein zentraler Punkt, wo wir uns, bevor wir sozusagen das nutzen, oder wir können es natürlich nutzen, aber wir müssen uns dessen bewusst sein, was die Daten sind, die da reingehen, in so eine statistische Analyse. Das würden wir in der empirischen Sozialforschung im Übrigen, in der Politikwissenschaft, in der empirischen Sozialforschung, Soziologie, überall würden wir das auch machen. Wir würden uns immer fragen, was sind die Daten, die da reingehen, bevor wir eine Regression rechnen und genau das sozusagen ist so einer meiner wichtigen Punkte, die ich eben sehe in der Anwendung, dass das immer wieder in meiner eigenen Forschung aufpoppt, dass letztlich bei denjenigen, die das dann anwenden und interpretieren, diese Aufmerksamkeit für Datenqualität letztlich häufig nicht da ist. Und das führt dann dazu, dass wir die Ergebnisse eben meinetwegen mit besonderer Vorsicht genießen müssen. Jetzt haben wir gerade ein kleines Problem mit Herrn Grunwald. Aber jetzt hoffentlich nicht mehr. Jetzt hören wir Sie, wunderbar. Das möchte ich ganz, ganz dick unterstreichen. Und das hat auch wieder mit dem Mystifizierung zu tun. Daten haben ja in manchen Gruppen in der Bevölkerung, auch in Medien, geradezu was Mystisches. Ja, so Mythos Daten als das quasi Objektive, auf das man sich doch bitte verlassen sollte. Und das, wie Herr Wenzelberger sagt, ist ja ein Irrglaube, denn die Daten sind ja nicht einfach objektiv. Jedes Einzelne will ich schon mal annehmen, dass jedes Einzelne irgendwie auch gut gemessen und so weiter ist. Aber dann die Konstellation der Daten. Wir haben nur die Daten, die wir haben. Mit den Daten, die wir nicht haben. Ja, das war Ihr Punkt, Herr Wenzelberger. Die Daten sind in der Regel für bestimmte Zwecke erhoben. Was passiert, wenn man sie für andere Zwecke dann einsetzt? Daten sind ja nicht einfach Daten an sich, sondern Daten auch für etwas. Und so, dass man auch sagen muss, Daten, Datenmengen sind nicht wertneutral, sondern sie sind wertbehaftet über die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind. Und auch in ihrer Selektivität, weil zu manchen Daten und zu anderen nicht. Aber um eine Frage gut mit KI zu bearbeiten, bräuchte man vielleicht auch mal ein paar Daten im Bereich, wo es keine gibt. Ja, und was dann? Dann besteht eben die Gefahr, dass wir uns auf die Daten verlassen, die da sind und geraten in so einen Bias in dieser Richtung. Also da muss man wirklich sehr, sehr genau hinschauen. Ich bin auch froh, dass das zusehends diskutiert wird. Ja, Frau Simon. Also vielleicht als kleine Ergänzung. Ich habe da im Grunde genommen die Leute, die selber schnelles Lernen oder KI-Methoden verwenden, da habe ich ein relativ großes Vertrauen, dass die für gewöhnlich ein Wissen über die Datenqualität, über die Angemessenheit der Methoden und über die Grenzbereiche haben. Das Problem ist, und das muss man vielleicht nur noch mal, das wurde von den beiden Vorrednern schon gesagt, aber ich möchte es noch mal ein bisschen zuspitzen. Das Problem entsteht, wenn bestimmte Gruppierungen, also wenn man in der Forschung oder auch in der Wirtschaft entwickelt werden und dann in anderen Kontexten verwendet werden, wo aus zwei Gründen überhaupt nicht nachvollzogen wird oder werden kann, wie gut die funktionieren. Und zwar einerseits, weil es proprietäre, geschützte Software ist, das heißt, selbst wenn ich die Kompetenz hätte, dürfte ich aus rechtlichen Gründen gar nicht hineinsehen in die Trainingsdaten, in die verwendeten Methoden und Algorithmen und könnte dementsprechend gar nicht prüfen, wie gut denn die Qualität hier ist, weder von den Trainingsdaten noch von den Methoden. Das ist kein Kompetenzproblem, sondern ein rechtliches Problem. Darüber hinaus haben wir aber das Kompetenzproblem, dass natürlich nicht alle Leute, die KI oder Software, die mit maschinellem Lernen arbeitet, wie jetzt im Beispiel von diesem Justizsystem, aber auch beim Einsatz, wenn man Personalauswahl, wenn man das softwarebasiert macht oder ähnliches, die Kompetenz haben, zu prüfen, was da drin ist. Und selbst wenn wir jetzt sozusagen dahin gehen, zu sagen, wir wollen bestimmte Software, dass die vorher geprüft wird oder dass zumindest irgendwelche Arten von Kontrollen hinterher, wer hat die Expertise, um das zu tun. Analysten sind begehrte Ware hoch bezahlt und die muss man erst mal bekommen. Und dementsprechend haben wir ein doppeltes Problem, warum diese Prüfung von Software oder von Systemen nicht in dem Ausmaß stattfindet, wie es sein sollte. Noch dazu, wenn man das halt im Wirtschaftskontext verkauft, überhöht man natürlich auch die Qualitätsmerkmale, wenn man es dann eh nicht überprüfbar machen kann. Also das nochmal so als K-Wert. Ich komme noch zurück zu dem Begriff des Vertrauens. Es wird ja oft Vertrauen als etwas ganz Positives gesehen. Die Leute sollen Vertrauen. Und das ist ja als Philosophin, das hat man auch bei den beiden Vorrednern schon gehört, ist man notorisch skeptisch. Man will ja genau kein blindes Vertrauen in irgendwas, sondern man möchte Vertrauen nur dann, wenn das Vertrauen auch gerechtfertigt ist, weil die Software vertrauenswürdig ist. Und das heißt eben, man muss wissen, wie zuverlässig, wie reliabel das ist. Und dafür braucht es bestimmte Öffnungen, man braucht bestimmte Formen der Garantien, der Sicherstellung, vor allen Dingen dann, wenn ich die Systeme eben nicht nur für Werbung einsetze. Und selbst da wird es schon schwierig, wenn es politische Werbung wird, sondern insbesondere, wenn es in hochsignaligen Bereichen eingesetzt werden soll. Vielleicht da auch kurz die Ergänzung, Frau Simon, dass Sie auch im Juni 2020 jetzt ein Handbuch zum Stichwort Vertrauen rausgeben. Genau zu diesem Thema auch aus philosophischer Sicht, das fand ich sehr spannend bei meiner Vorbereitung. Das ist mein Steckenpferd sozusagen. Ja, Herr Schimmel. Ja, ich wollte es auch nochmal unterstreichen. Und man sollte sich auch bewusst werden, dass dieses Vertrauensproblem vielleicht gar nicht so viel mit KI im Sinne von künstlicher Intelligenz zu tun hat, sondern eher damit, dass wir das Ganze behandeln, als wäre es eine robuste Technologie, die schon erprobt ist. Denn wenn wir diese nicht hätten, wie würden wir es denn sonst machen? Dann würden wir BI benutzen, biologische Intelligenz, nämlich würden wir einen Menschen dransetzen, der würde diese Daten auswerten in der Personalabteilung zum Beispiel und Scheidung treffen. Der ist genauso fehlerhaft, aber der musste zumindest früher sich rechtfertigen und auch seine Kriterien offenlegen. Und jetzt haben wir Technik, die plötzlich die gleiche Aufgabe erledigt, aber ihre Kriterien sind Betriebsgeheimnis. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Ja, da sind wir jetzt auch direkt beim Thema KI in sozialen Kontexten. Herr Wenzelburger, Sie wollten noch etwas sagen dazu. Ja, ich wollte da kurz einhaken, weil das tatsächlich auch in den Studien, die ich gemacht habe, und wir hatten jetzt jetzt super leid, wenn ich immer wieder im Justizsystem komme, aber da habe ich eben sozusagen tatsächlich Evidenz aus der ersten Reihe. Und da sieht man eben, dass sozusagen die Verfügbarkeit von, ich sage es jetzt mal einfach, was die Leute sehen, Verfügbarkeit von Software, die suggeriert, dass das evidenzbasiert ist. Ja, irgendwie. Das macht was mit den Menschen. Das macht nämlich das, dass die glauben, sie sind jetzt in ihrer Entscheidung sicherer, indem sie sich darauf stützen. Ja, und wenn sie sich sozusagen nicht darauf stützen würden, wären sie unsicherer und würden sozusagen nicht die gleiche Entscheidung treffen. Und das glaube ich, und da finde ich auch tatsächlich, da gibt es so in der Verwaltungsforschung so ein bisschen Ansätze dazu, wo man sich das mal genauer anschaut, wo geguckt wird, was macht eigentlich die KI mit so einem ganzen Entscheidungssystem und mit den Personen, die dort Entscheidungen treffen, wenn sie plötzlich Evidenz haben, die sozusagen, von der suggeriert wird, dass sie über KI oder was auch immer oder vielleicht auch verkauft wird durch einen schönen Slogan von demjenigen, der die Software produziert. Was macht das mit den Menschen in ihrer Entscheidungssituation? Und ich glaube, da ist es tatsächlich ganz wichtig, eben auch in der Forschung anzusetzen und genau zu schauen, welche Veränderungen ergeben sich da in den Entscheidungsparametern, in dem, was in der Regel angewendet wird von jemandem, der Entscheidungen trifft, sei es über Personal in der Personalabteilung von einem Unternehmen, aber eben auch von mir aus in der öffentlichen Verwaltung, wenn es um Entscheidungen geht. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir tatsächlich nochmal gucken müssen, wie ist eben die Kontextualisierung von KI. Da geht es dann gar nicht darum, ob der Algorithmus da richtig ist, oder ob die logistische Regression die richtigen Parameter hat und wie gut die das erklärt und dass die unterschiedlichen Fehler gerade sind. Da geht es um die soziale Einbettung des Ganzen. Und das, denke ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt, der da mit eine Rolle spielt. Ja, wenn wir jetzt gerade mal an die Themen denken, Einstellung neuer Mitarbeiter oder wie Sie eben schon ansprachen in der Kriminaljustiz, die Vorhersage der Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern, um da nochmal auf Ihre These speziell zurückzukommen, wo wären denn da für Sie so rote Linien, dass eben KI weiter im Dienste von uns Menschen bleibt? Also ich würde an der Stelle natürlich als Politikwissenschaftler zunächst mal in die, also gibt es natürlich rote Linien, die wir in der Verfassung festgelegt haben, als Gemeinwesen in der demokratischen Gesellschaft. Das kann in anderen Systemen, schauen Sie nach China, auch ein bisschen anders aussehen. Aber wir haben da zunächst mal in den Menschenrechten und im Grundgesetz klare Aussagen dazu. Die müssen, und das ist dann der nächste Schritt in der Interpretation natürlich, ausdiskutiert werden. Und das ist sozusagen, ich sage ja nicht, wir brauchen jetzt rote Linien, die lege ich fest als Politikwissenschaftler oder irgendjemand anders, sondern das ist tatsächlich eine politische Aufgabe, dieses Thema zu besprechen, innerhalb des Rahmens, der uns letztlich von dem Grundgesetz oder von den Menschenrechten gesetzt wird. Frau Hesen, Sie wollten auch noch was zu dem Thema sagen. Ja, der Herr Wenselburger hat ja sehr interessant gerade von dem Kontext gesprochen für algorithmische Entscheidungsfindung oder KI. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und Sie hatten ja gerade vor Lücke nochmal von den roten Linien gesprochen. Also grundsätzlich ist es so, wenn wir unsere eigene Rechtsprechung ernst nehmen, dass es immer einen menschlichen Letztentscheider oder eine menschliche Letztentscheiderin geben muss. Das sagt die Datenschutzgrundverordnung, also die neue EU-Datenschutzgrundverordnung. Da wird gesagt, wir dürfen als Bürgerinnen und Bürger niemals einer Entscheidung ausgesetzt werden, die nur alleine durch autonome Systeme zustande gekommen ist. Und das ist natürlich, sagen wir mal, einerseits großartig, ja, so von der Ethik her, die dahinter steckt, also dass man meint, Menschen müssen natürlich immer mit Menschen kommunizieren und dürfen jetzt nicht allein Verfügungsmasse von irgendeinem technischen System sein. Aber in der Praxis ist das natürlich sehr, sehr schwierig, weil dieser menschliche Letztentscheider eben sehr, sehr vielen Zwängen ausgesetzt ist. Das kann von Inkompetenz hingehen, mit dieser vermeintlichen Evidenz, die immer drinsteckt in den KI-Systemen. Also wir müssen das ganze System betrachten. Und dann gibt es natürlich viele Entscheidungen, die durch KI gefällt werden. Da wollen wir überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen. Ja, zum Beispiel das, was verbaut ist in dem autonomen Auto. Da wollen wir ja gerade, dass das Auto schneller bremst, als wir vielleicht, wenn sich ein anderes Auto nähert. Da wollen wir nicht erst nochmal den Knopf drücken und sagen, ja, bitte bremst jetzt. Also das ist ganz schwierig, da zu roten Ideen zu kommen. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass es immer ein Human in the Loop, sagt man dann ja auf Englisch, also einen menschlichen Letztentscheider geben soll. Das haben Sie ja auch in Ihrer These deutlich gemacht. KI ist nur so gut wie die Menschen, die sie einsetzen. Vielleicht aber da nochmal auch die Frage, wie kann das denn zukünftig in Unternehmen gewährleistet sein, jetzt beim Stichwort Einstellung neuer Mitarbeiter, wenn das jetzt über KI laufen würde? Ja, da trägt es sich natürlich auf, dass es da wirklich eine menschliche Letztentscheidung geben kann. Weil natürlich kann ich mir was vorsortieren lassen durch die KI. Aber auch selbst dann, wenn ich mir was vorsortieren lasse, dann würde ich als Personalverwalterin auch Einfluss nehmen auf die Parameter, die in so einem System gesetzt sind. Weil da natürlich ganz schnell, wir hatten ja das Stichwort Mustererkennung, das hat vor Simon ja schön ausgeführt. Also wenn man sich auf die Muster verlässt, auf unserem Arbeitsmarkt sind es zum Beispiel Frauen immer systematisch benachteiligt. Aber man kann die Algorithmen der Entscheidungen verändern. Und dann würde ich mir aber trotzdem immer wünschen, dass die Auswahl, die dann durch KI in der Personalverwaltung getroffen wird, trotzdem immer nochmal überprüft wird durch jemand, der dann tatsächlich schaut, ist das zutreffend. Und was hat das mit der Person zu tun? Also der Nutzerstereotyp, der erzeugt wird durch künstliche Intelligenz, hat oft gar nichts mit dem echten Individuum zu tun, dass ich dann vielleicht in der Personalverwaltung vor mir sitzen habe. Ja, Herr Schemmel noch dazu. Ja, ich wollte das Unterstützung noch ein bisschen erweitern, dass wir das ja nicht hinnehmen müssen, dass das so ist. Das heißt, durch gerichtlichen, gesetzlichen Regelungen kann man ja die Anbieter zwingen, dass die KI, die sie verwendet, eine gewisse Dokumentations- und Rechtfertigungsfähigkeit erlangt. Das kann man ja auch trainieren. Es ist ja kein Naturgesetz, dass das einzige Ergebnis bei so einer Personalentscheidung vielleicht einstellen oder ablehnen ist. Man könnte ja auch diverse interne Parameter für Glaubwürdigkeit und Bildung und so weiter, was die KI erkannt hat, also vorschreiben, dass das dokumentiert wird. Das hätte sogar den Vorteil, dass es keine zusätzliche Bürokratie wäre, weil das würde ja automatisch dokumentiert und damit ist keine Arbeitszeit damit verbunden. Aber man hätte hinterher einfach eine Kontrollmöglichkeit, ob da vernünftige Entscheidungen getroffen wurden oder komplett willkürliche. Also das ist sozusagen in Hand des Gesetzgebers, also von uns quasi indirekt, dass das vernünftig ausgelegt wird. Ja, wie sehen das die anderen Experten? Frau Simon? Ja, also vielleicht als Ergänzung noch, wir haben, ich war Mitglied der Datenethikkommission und da haben wir eine Unterscheidung getroffen, nämlich zwischen Algorithmen basiert, Algorithmen getrieben und Algorithmen determinierten Verfahren. Wenn wir das jetzt mal durchspielen am Beispiel von so einer Software zum Einstellungsprozess, dann würde zum Beispiel eine Algorithmen basierte vielleicht mir alle Bewerber zeigen und die auch noch gar nicht ranken, sondern einfach nur vielleicht alles integrieren und mir bereitstellen. Wenn das dann schon gerankt wird, dann wäre das schon sozusagen gegebenenfalls getrieben und wenn dann sozusagen schon die Software auch entscheidet, wer eingestellt wird, das wäre sozusagen das Extremszenario, wo sozusagen das komplett determiniert ist. Der Punkt ist natürlich der, selbst wenn die Software schon, da ist dazwischen ein Graubereich, wenn die Software bestimmte Personen schon rausschmeißt, als diese werden gar nicht betrachtet oder die ganz nach unten rankt, dann ist für die Bewerber da schon kein Human mehr in the Loop, sondern die sind schon raussortiert worden, bevor da irgendeiner nochmal auf ihre Bewerbung draufgeguckt hat. Jetzt kann man sagen, reicht bei Human in the Loop, dass da jemand die Kriterien festgesetzt hat oder muss ich noch persönlich betrachtet werden in meiner Bewerbung? Also das ist sozusagen so ein Spannungsfeld und tatsächlich ist es so, das hat Jessica ja auch schon gesagt, bis zu welchem Grad hat denn derjenige, selbst wenn er faktisch die Autonomie hat, dann überhaupt noch die Möglichkeit, auch autonom zu handeln? Also es wird ja schon geredet von den Datenknechten, die dann sozusagen nur noch abnicken müssen, was die Software vorgibt und wenn ich jetzt sozusagen Bankangestellte bin und kriege dann sozusagen eine Vorgabe, dass jemand einen Risikoscore hat von 9, dann kann ich natürlich autonom entscheiden, der Person trotzdem einen Kredit zu geben, allerdings muss ich dann auch die Konsequenzen tragen, wenn das eine Fehlentscheidung war. Also ich will damit nur sagen, Personen sind sozusagen eingespannt in bestimmte institutionelle Netzwerke, wo sie bestimmte, wo ihre Rechte und Pflichten sozusagen beschränkt sind und man darf sich da auch nichts vormachen. Das ist etwas Neues, was jetzt mit KI oder Software der Daten kommt, sondern die Geschichte der Statistik ist ja eine, Daten so aufzubereiten, dass sie entscheidungsrelevant sind. Also deswegen geht ja die Geschichte der Statistik auch zusammen mit der Geschichte der Staatsentwicklung. Und das waren schon immer noch sozusagen, das Ziel von statistischem Erheben war die Legitimation von Entscheidungen und das ist heute genauso. Und deswegen gibt es natürlich auch in der Verwaltung ein großes Interesse daran, Evidenzbasierungen nachzuweisen, weil man dann zumindest sagen kann, wenn ein Fehler passiert ist, aber zumindest wurde mir das, war das die Evidenz. Dann kann man sich nämlich auch entschulden in der Entscheidung. Man muss da ganz vorsichtig sein bei dieser Fiktion des Menschen im Loops, weil das sozusagen oft tatsächlich so ein formaler Mensch im Loop ist, der aber tatsächlich keine echte autonomiert. Und das ist auch nicht wirklich verhinderbar, aber auch kein reines Bezüglichen. Können Sie noch ganz kurz, bevor ich zu Herrn Schemmel und Herrn Grunwald komme, mit dem menschlichen Loop das noch einmal kurz erläutern, was Sie genau damit meinen? Also sozusagen, es gibt ja, das hatte Jessica Hesen ja auch gesagt, diese Vorgabe, dass man sozusagen von einem Mensch, dass ein Mensch immer noch im Loop ist, im Entscheidungs- und Entweder die letzte Entscheidung noch freigibt oder zumindest in der Kontrollinstanz. Also es gibt da irgendwie diverse Metaphern von Human in the Loop und on the Loop und out of the Loop. Aber die Frage ist, welche Rolle denn der Mensch noch haben soll bei diesen Entscheidungsprozessen. Und diese Idee, dass jemand nur noch abnickt und zwar formal der Entscheider ist, aber eigentlich schon alles so vorbereitet ist, dass es extrem schwierig ist, sich anders zu entscheiden, dann ist das ja nur noch eine normale Form von, genau, da gibt es irgendwie diese Fiktion des Datenknechtes, sozusagen, der dann nur noch durchexekutiert, was die Software vorgibt. Dann ist man dem Recht gegebenenfalls noch Rechnung getragen, aber tatsächlich kann davon keine Autonomie mehr die Rede sein. Also wir müssen sehen, dass wir in einer aktiven Position bleiben, auch gegenüber KI. Herr Schemmel. Ja, ich wollte das ergänzen darum, dass entscheidend ist, dass man den Institutionen nicht erlaubt, dass sie sich hinter der KI verstecken. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, denke ich, auch was Frau Simon unterstützen würde, oder? Deswegen denke ich, Transparenz und sagen wir mal, mehr Dokumentation der internen Abläufe in so einem System sollte man einfach vorschreiben, damit es hinterher auch einfach Argumente gibt, warum Entscheidungen getroffen sind. Wir wollen ja das Ziel trotzdem erhalten, also es soll ja eingesetzt werden, weil es spart einfach Geld, es spart Personal, es erhöht die Effizienz. Das ist an sich ja sinnvoll und nützlich, weil es jedem Menschen sozusagen mehr Freiräume gibt, aber es darf halt nicht missbraucht werden. Ja, genau, das passt jetzt auch gut. Also zunächst hatte mich eben diese Rede von den Datenknechten, die nur noch das ausführen, was die KI sagt, erinnert an die Technokratie-Debatte der 60er Jahre. Damals war nicht die KI sozusagen im Verdacht, die heimliche Herrschaft zu übernehmen, sondern die Wissenschaft. Und da war die Sorge, Ludwig Schelsky und so weiter, dass halt die Demokratie ausgehöhlt wird, dass die Politiker nachher nur noch das abnicken können, was die Experten halt sagen, weil sie selber keinen eigenen Zugang mehr zu den Dingen haben. Und das Nachklänge hört man ja heute noch, wenn die Politik sich zu stark von Expertenkommissionen beraten lässt oder so. Und dahinter steckt, glaube ich, das passt, glaube ich, zu einigen, was gesagt wurde, noch ein etwas schwer zugängliches Phänomen. Diese ganzen Sachen, über die wir jetzt reden, die sollen ja uns helfen. Sie sollen uns unterstützen, sie sollen assistieren. Aber unsere Autonomie werden sie erhalten. Hört sich alles wunderbar an. Aber indem Assistenzsysteme da sind und wir die nutzen, verändern die uns ja. Selbst wenn wir in the loop bleiben, die verändern uns. Und auch wenn da kein Druck hinter ist, sich zu legitimieren über Statistiken, die verändern uns einfach durch ihr Vorhandensein. Ja, so wie nach Heidegger ein Hammer in der Hand die Welt aussehen lässt, nämlich als Nagel, verändern die Assistenzsysteme unsere Befassung mit den Sachen. Und dann kann es zu schleichendem Autonomieverlust kommen, weil wir gewöhnen uns an die Assistenzsysteme, wir passen uns allmählich in unseren Verhaltensweisen an. Und irgendwann sind wir abhängig von den Assistenzsystemen und haben quasi die Autonomie verloren. Dahinter steckt irgendwie so ein Bild von Hegels Dialektik von Herr und Knecht. Ja, also erst ist der Herr der Master, der sagt dem Knecht, wo es lang geht. Und der Knecht dient den Herrn eifrig und dadurch wird aber der Herr bequem und faul und weiß nachher gar nicht mehr, wie was funktioniert. Und hinterher ist der Knecht der eifliche Herr, ohne den der Herr nichts mehr machen kann. Das Fatale an dieser Dialektik ist ja, die passiert schleichend. Ja, und da zu erkennen, dass sich überhaupt was bewegt und vielleicht so Punkte zu finden, wo wir sagen würden, oh, jetzt wird es aber langsam doch gefährlich, jetzt passen wir uns zu sehr an, kippt das Ganze. Das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung. Ja, da fällt mir auch die sozialen Medien, fallen mir hier diesbezüglich auch ein, die ja, sobald man sie nutzt, unsere Form der Kommunikation auch sehr stark bestimmen. Genau, ja. Frau Simon. Wenn ich noch kurz was ergänzen darf. Also wir hatten es ja vorhin damit, was die Institutionen auch leisten müssen. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man sich klar macht, es kann ja nicht immer, also der Human in the Loop im Sinne von, der die Entscheidung nachriff, kann ja nicht immer die Lösung sein. Und die Frage ist, was brauchen wir denn für Sicherheitskriterien, für Qualitätskriterien und für Standards, um möglichst gute Software in den Einsatz zu bringen. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich, wie hoch ich diese Standards setze. Und da wiederhole ich jetzt auch so ein bisschen oder gibt ein paar Datenethikkommissionen gemacht haben, ist eine Art von risikoadaptierten Ansatz. Das heißt, es kann sein, bei bestimmter Software, dass ich erst, wenn das schiefgelaufen ist, im Rückblick prüfen will, was da schiefgelaufen ist. Und dann muss ich zumindest von den Unternehmen oder von den anderen Ländern verlangen, dass die bestimmte Sachen dokumentieren, dass ich hinterher weiß, was ist denn da schiefgelaufen. Bei anderen will ich vielleicht vorher schon entweder eine Zertifizierung haben oder eine Zulassung, sodass ich vorher schon weiß, welche Maßnahmen hat denn eine Firma ergriffen, um zu zeigen, dass ihre Software nicht systematisch Frauen diskriminiert. Und dann kann ich mir nachweisen lassen, dass in unseren Verfahren, dass in unsere Trainingsdaten folgende Tests durchlaufen lassen, um sicherzustellen, dass unsere Software nicht systematisch diskriminiert. Das heißt, es sind zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage vorher, in bestimmten sensiblen Bereichen will ich bestimmte Tests oder zumindest Nachweise vorher haben. Das muss auch nicht geprüft werden. Man kann einfach sagen, die müssen das offenlegen oder nachweisen, was sie gemacht haben methodisch. Bei anderen will ich vielleicht ex post nur reinschauen können. Und dann kann es vielleicht hochsensible Bereiche sein oder Systeme, die in Realtime sich verändern und dementsprechend auch, weil sie so sensibel sind, auch Realtime überprüft werden. Das ist natürlich nur für einen ganz minimalen Bruchteil von Systemen relevant. Aber es gibt ein ganzes Spektrum an Maßnahmen, die man vorlegen kann, um Qualität von Software gewährleisten zu lassen. Und natürlich ist das nicht beim Getränkeautomaten relevant, aber bei bestimmten anderen Aspekten wird es dann eben relevant. Und gerade was Herr Wenzelburg auch hatte, alles, was im Justizsystem der Einsatz, wenn zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden sollen über Bewährung, dann will ich selbstverständlich wissen, welche Qualitätsstandards da eine Rolle spielen und will sicherstellen, dass das nicht diskriminierende Software ist. Also ich will damit sagen, wir haben unterschiedliche Maßnahmen, vorher oder nachher zu kontrollieren. Und die Politik oder der Gesetzgeber ist natürlich gefordert, zu spezifizieren, für welche Art von Software in welchen Kontexten ich welche Qualitätsstandards haben will und welche Maßnahmen da greifen. Und das ist eben nicht nur der Human in the Loop, der abnickt, sondern eben dieses ganze Paket an Institutionen und Maßnahmen, die man dann in den Blick nehmen muss. Das heißt, in den menschlichen Experten-Teams, die sich damit befassen, muss auch schon eine Diversität da sein, damit das gewährleistet sein kann? Ja, sicherlich, absolut. Also man braucht halt einen Großteil auch an technischer Expertise, an rechtlicher Expertise, aber gerade in vielen Bereichen wird es auch um politische Aushandlungsprozesse gehen, welche Kriterien wie zu gewichten sind. Also das heißt, es ist eine Mischung. Also natürlich kann man nicht jegliches Verfahren sozusagen diskursiv beschließen, aber natürlich wird man irgendwelche, also soll man das sagen, gerade in hochsensiblen Bereichen muss man gut überlegen, wen man nicht noch mit ins Boot holt, Entscheidungen zu treffen, wie Zielvariablen ausgewählt werden oder was auch immer. Also ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber idealerweise ja, sollten diese Teams auch divers sein. Herr Schemmel und Frau Hesen hatten sich noch zu dem Thema. Ja, ich wollte zu dieser Zweiteilung sagen, dass die Tendenz ja leider in die Richtung geht, dass man nicht mehr vorher prüfen kann, weil die Systeme zu vielschichtig, zu komplex werden. Gerade zum Beispiel beim autonomen Fahren ist das im Moment eine der Hauptdiskussionen, dass man eigentlich davon ausgeht, dass man nie vorher hundertprozentig sicher sein wird, dass nicht Fehler passieren. Das heißt, wir müssen eigentlich ein neues Verständnis im Rechtssystem, auch in Dokumentationspflichten und so weiter, Analyse hinterher entwickeln, um mit den Folgen halt immer klar zu kommen und trotzdem die Vorteile von solchen komplexen KI-Systemen nutzen zu können. Das ist Aufgabe eben der Ethik-Experten und des Gesetzgebers. Frau Hesen auch noch dazu, oder? Ja, genau, beziehungsweise zusammenfassend so ein bisschen jetzt für die vorangehenden Stellungnahmen. Also es geht ja jetzt gerade bei uns ein bisschen um das Thema Autonomie, Autonomieverluste und auch die Frage eben nach politischen Aushandlungsprozessen. Armin Gruber hat ja gerade so schön gesagt, dass es so ein schleichender Prozess ist, also dass natürlich die KI unser System und unsere Lebenswelt verändert und wir uns auch verändern. Da kann man natürlich auch sagen, gut, ist das schlimm. Also das findet ja andauernd statt, zum Beispiel, wenn wir jetzt an Elektrizität denken, zum Beispiel, wir alle haben, also unsere ganze Gesellschaft beruht ja letztendlich darauf, dass wir Licht haben und dass wir Strom haben und so weiter. Das ist ein Prozess, den haben wir willkommen geheißen. Und das ist eine Abhängigkeit, in die wir uns in anderen Strichen gerne begeben haben. In Bezug auf künstliche Intelligenz ist das was anderes. Da sind wir gerade noch am Beginn der Entwicklung und künstliche Intelligenz hat nun viel weiter, aber nicht einen viel weiteren, aber einen sehr tiefgreifenden Einfluss auf unsere Gesellschaft in Zukunft. Und deshalb möchte ich nochmal betonen, was ich auch in der These, die Sie vorgetragen hatten, am Anfang gesagt habe, diese Rede davon KI für den Menschen, die sagt letztendlich überhaupt nichts aus, weil KI ist immer für den Menschen und KI ist immer von Menschen gemacht. Die Frage ist nur, welche Motivlagen haben diese Menschen? Und wir sind jetzt hier gerade in einem, sagen wir mal, ich habe den Eindruck, einen ziemlich homogenen Panel, wir sind alle einer Meinung, aber es sind nicht alle unserer Meinung, dass KI transparent sein soll oder dass sie gemeinwohlorientiert sein soll, sondern es gibt da starke Kräfte, auch in Deutschland natürlich, aber international, wenn wir an China denken oder die USA, wo solche, sagen wir mal, ethischen Prinzipien eher nicht im Vordergrund stehen. Und es geht immer wieder um Aushaltungsprozesse, letztendlich, wie wir jetzt mit KI umgehen. Und wir können uns da nicht unbedingt auf der Sonnenseite wählen, nur weil wir das hier in Deutschland tatsächlich häufig im Mund führen, diese Redewendung KI für den Menschen. Herr Wenzelburger, dazu? Ja, vielleicht nur ganz kurz dazu noch ein paar einknüpfend. Also ich glaube, es ist auch zunächst mal wichtig, dass überhaupt sozusagen in den Kreisen, die dann am Ende entscheiden, welche Experten das auch immer sein mögen, aber, oder Politiker, aber, dass in den Kreisen überhaupt darüber diskutiert wird, dass das ein Problem sein kann und dass es auch Probleme gibt bei der Datenqualität, dass wir uns genau anschauen müssen, was da für Modelle dahinterstehen, die statistisch gerechnet werden. Denn sozusagen, wenn man sich die Anwendung anschaut, also Sie hatten gerade, Frau Hessen, die USA sozusagen eingeführt. Das ist ein Beispiel, wo wir eben sehen, dass teilweise, wie der Justizsystem, dass teilweise völlig abstruse und sehr unterschiedliche Systeme eingesetzt werden, ohne dass es überhaupt diskutiert wird, groß. Sozusagen, da wird gekauft, da kommt dann Softwareanbieter und sagt, hier, hier ist die Software, die ist so und so validiert. Das interessiert letztlich die Anbieter, aber auch die Entscheidungsträger, nur zu einem sehr gewissen Maß, aber nicht besonders tiefgreifend. Und ich glaube, sozusagen der erste Schritt, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, wie das dann weitergehen kann und auf was man dann beachten muss und was die Kriterien sind, muss zunächst mal sozusagen darüber überhaupt diskutiert werden in sozusagen den Verwaltungs- und bürokratischen Systemen, in den Ministerien, in entsprechenden Kommissionen. Und da sind wir in Deutschland viel weiter, als es in anderen Ländern der Fall ist. Und ich glaube sozusagen, da müssen wir auch uns immer wieder auf uns selbst gucken und sagen, na ja, da sind wir vielleicht gerade im europäischen Weg auch noch auf einem sehr schönen und in dem Paradies fast, was solche Fragen angeht, während wir in anderen Ländern dann schon viel weiter in eine Richtung gerannt sind, wo diese Fragen gar nicht groß diskutiert werden. Also auch hier sozusagen müssen wir ein bisschen gucken, was machen wir in Deutschland, aber auch was passiert in anderen Ländern und was können wir davon auch lernen, was vielleicht nicht gut läuft. Nur ein kurzes Bonmot. Mein Kollege Klaus Kornbachs hat ein schönes Paper getitelt, Wir müssen nicht die KI fürchten, sondern die Geschäftsmodelle. Also das nicht, dass wir uns für die falschen Sorgen machen. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu Ihrem Statement, Frau Hesen, weil Sie sagten, KI ist immer für den Menschen oder vom Menschen gemacht. Ist das denn wirklich so oder ist KI nicht auch gerade so entwickelt, dass sie sich im besten Fall selbst weiterentwickeln soll durch ihre eigene Intelligenz? Haben wir da vielleicht auch die Gefahr, dass die KI uns außer Kontrolle gerät und eben nicht mehr von den Menschen die Einwirkung kommen kann? Oder bin ich da jetzt im Science-Fiction-Minority-Report gelandet? Ja, ich glaube, Sie sind da eher in der Science-Fiction gelandet im Moment. Also Judith Thiemann hatte das am Anfang ja auch nochmal ausgeführt. Es geht letztendlich bei KI um elektronische Mustererkennung. Und das, was Sie jetzt meinen, ist ja diese Vision von der starken KI, die sich vernetzt, die sich ihre Ziele und ihre Zwecke selber setzt. Und da sind wir ja wirklich noch ganz, ganz weit von entfernt. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht wünschbar, dass es ist. Aber ich glaube, es ist technisch auch gar nicht durchführbar. Also da müssen wir uns nicht fürchten. Aber das ist ein schöner Stoff für Filme auf alle Fälle. Gucke ich auch gerne. Gibt es die anderen Expertinnen und Experten auch als gegeben hin? Oder gibt es eventuell eine abweichende Meinung? Ja, Herr Schemmel? Eine kleine Abweichung. Also weil ich, auf jeden Fall stimme ich damit überein, dass das noch weit entfernt ist. Aber man sollte jetzt trotzdem durchaus darüber nachdenken, weil ich bin sicher, es wird hundertprozentig kommen. Ich beschäftige mich ja gerade mit biologisch inspirierter künstlicher Intelligenz und eben auch sehr viel mit Hirnforschung. Und es ist nicht mehr so, dass das Erreichen biologischer Intelligenz sozusagen Science Fiction für alle Zeiten ist. Es ist am Horizont. Natürlich kann niemand sagen, ob das 50 oder 150 Jahre alt werden. Aber es wird kommen. Und wenn keine Katastrophe dazwischen die Forschung stoppt, wird es kommen. Und deswegen sollte man rechtzeitig darüber nachdenken. KI wird nicht mehr das sein, was wir jetzt reden in 20 Jahren. Und in 50 Jahren schon gar nicht. Also die Fortschritte sind einfach gigantisch in den Labors und die Entwicklungen. Man weiß jetzt auch, wo man suchen muss und worauf man hinarbeiten muss. Deswegen denke ich, dass die Umwälzungen noch viel dramatischer werden, als sie es schon waren. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir eben dafür sorgen, die Weichen zu stellen, dass KI im Dienste sozusagen unserer Gesellschaft bleibt. Ja, das ist auch ein sehr gutes Stichwort für die sogenannte Enkeltauglichkeit. Denn es ist natürlich sehr, sehr wichtig, das sehen wir jetzt auch in Zeiten der Corona-Pandemie, die ja auch sehr schwierig für die Kinder ist und für die Jugendlichen, die sehr darunter leiden müssen zurzeit, dass wir gute Lebensbedingungen für die nachfolgenden Generationen schaffen. Und diese Lebensbedingungen, die werden ja auch durch unsere Entscheidungen in Bezug auf KI maßgeblich beeinflusst. Also die Entscheidung, die wir jetzt treffen. Welche Chancen, vielleicht mal direkt an Sie, Herr Schemmel, weil Sie auch dazu forschen, welche Chancen gibt es denn hier durch KI, was Nachhaltigkeit und Klimaschutz angeht? Also eine Möglichkeit, die KI bietet, ist, den Energieverbrauch der Datenverarbeitung drastisch zu senken und gleichzeitig ihren Einsatz auszuweiten. Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich zu den Nachrichten, die Sie vielleicht so kennen, wie viel Energie Google Rechenzentren brauchen. Aber das liegt natürlich daran, dass eben die Forschungsziele hier noch nicht erreicht sind und immer noch die klassischen Methoden verwendet werden. Aber wenn man die natürliche Intelligenz als Vorbild nimmt und schaut, wie Energieeffizienz die Natur, sozusagen ihre Intelligenz realisiert und dass diese Sachen inzwischen auch verstanden sind, nicht vollständig natürlich, aber in Ansätzen und dass es eine Chance gibt, das nachzubilden technisch, dann haben wir eben eine Chance, wenn wir biologisch inspirierte Künstliche Intelligenz betrachten, dass die unser ganzes Computing eben revolutionieren kann und damit es erlaubt, KI überall einzusetzen, wo es den Vorteil bringt, ohne diesen hohen Energieaufwand in Kauf zu nehmen, den wir im Moment haben. Und das wäre eben der Beitrag zum Klimaschutz. Und Stichwort Mobilität. Ist das auch in Ihrer Vision, also Sie betreuen ja die Forschungsgruppe Electronic Visions, ist da auch Ihre Vision, das zukunftsfähiger zu gestalten mit der Mobilität, nachhaltiger zu gestalten? Ich habe ja mit Mobilität nicht direkt was zu tun. Ich hatte das nur meine These aufgenommen, um es abzugrenzen, also nach dem Motto, KI ist eben nicht nur autonomes Fahren, weil das ein Thema ist, wo jeder den Einsatz von KI kennt, sondern KI ist auch der Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Intelligenz und zur Nutzbarmachung von biologischer Intelligenz. Das ist ja immerhin das Vorbild eigentlich. Und auch die jetzigen KI-Methoden haben ihre Ursprünge eigentlich in den Hirnmodellen der 50er Jahre. Also auch das kommt ursprünglich aus Überlegungen, wie funktioniert es in der Biologie, auch wenn es sich jetzt schon davon etwas abgebannt hat oder weiterentwickelt hat. Vielleicht bevor wir dann auch uns den Publikumsfragen widmen, noch mal ein Punkt, den hatten wir eben schon auch zu Beginn angesprochen, den ich aber noch mal kurz genauer mit Ihnen beleuchten würde. Und das ist die Chancen und Risiken der Datenverfügbarkeit, die ja wichtig ist für KI. Es gab ja zum Beispiel, um mal ein Beispiel jetzt konkret zu nennen, Kritik in der letzten Zeit, Corona-Pandemie, dass Restaurants handschriftliche Listen über ihre Gäste führen und dass diese Daten, die die Restaurants jetzt führen müssen, noch nicht digitalisiert sind. Wenn man jetzt hier mal weiterdenkt, weil Sie haben das ja auch eben schon kritisch beleuchtet mit Datenqualität und Datenverfügbarkeit, sieht dann die Zukunft so aus, dass man jetzt nicht mehr anonym in ein Restaurant gehen kann oder einfach mal einen Kaffee trinken gehen kann, ohne digital erfasst zu werden, um dann eben diese Datenqualität zu bekommen. Herr Wenzelburger oder Herr Schemmel? Ich lasse Herrn Wenzelburger den Furtritt. Also grundsätzlich denke ich, muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Ich bin jetzt ein bisschen immer zweifelnd, wenn man sagt, in der Corona-Krise ist das jetzt in Zukunft immer so, dass man nur noch sozusagen hinschreiben muss oder aufschreiben muss, wo man ist und so weiter. Wir haben es natürlich jetzt auch politisch in der Sondersituation und da muss man vielleicht auch noch mal anders abwägen. Ich bin jetzt nicht der Ethiker hier in der Runde, sondern der Politikwissenschaftler und würde sozusagen dann die Frage, was man dann wie abwägen muss, zunächst mal auch an den Diskurs geben und an das, was unser politisches System sozusagen vorsieht, nämlich dass das diskutiert wird, wo sind die Grenzen und dass aus der Gesellschaft sich darüber eben einig werden muss, wann ist die Ausnahmesituation wieder so vorbei, dass wir wieder wie früher ins Restaurant gehen könnten. Also insofern denke ich, es gibt schon auch andere, vielleicht auch eine andere Balance von Freiheitsrechten und Sicherheitsfragen, die jetzt eben zum Tragen kommt, wo vielleicht auch angemessen sein kann, dass man für eine gewisse Zeit zeitlich begrenzt diese Daten aufnimmt und sozusagen auch dann für die Weiterverfolgung von Infektionsketten nutzt. Aber ich denke, es ist unbestritten, dass das natürlich auf Dauer ein so tiefer Eingriff ist in Freiheitsrechte, dass wir das nicht unbedingt immer haben wollen. Meinen Sie denn, dass es einem zurückgeben wird zum wie früher, weil die Corona-Pandemie wird uns ja schon auch als Gesellschaft sehr stark verändern? Also ich denke, wenn die Corona-Pandemie uns eins zeigt, ist es ja schon, dass nach der anfänglichen Zeit von, aber das ist jetzt meine sozusagen politische Beobachtung der aktuellen Zeit, dass es natürlich schon auch jetzt wieder eine Gegenbewegung ein Stück weit gibt in manchen Kreisen und die Politik und das politische System und die Demokratie ist genau dafür da, diese Bewegungen aufzunehmen, sie zu kanalisieren, in dem Fall in Deutschland bewusst eben über Parteien gemacht. Da muss man nicht immer einer Meinung sein, aber zumindest werden diese Stimmungen und diese Einstellungen der Bevölkerung aufgenommen und den politischen Diskurs zugeführt. Und insofern denke ich, es funktioniert an der Stelle unser politisches System, um auch darüber jetzt letztlich eine Aushaltung stattfinden zu lassen, wie weit kann es wann wieder zurückgehen. Herr Schemmel, Ihre Ergänzung noch? Ja, ich wollte sagen, in diesem Zusammenhang kann KI auch einen Vorteil bringen, also sprich, sie kann den Datenschutz drastisch erhöhen, indem sie eben nicht alle Daten irgendwo speichern und übermitteln müssen, sondern direkt vor Ort eben eine KI, irgendeine KI-Entscheidung treffen kann und nur dann die Daten überhaupt angeschaut werden. Das heißt, man sozusagen auf dieses dauerhafte Speichern und Übermitteln der Daten verzichten kann. Beispiel wäre ein medizinischer Monitor bei einem Patienten zu Hause. Wenn Sie den mit einer Kamera heutzutage ausstatten, die dann irgendwo in einem Zentralrechenzentrum ausgewertet wird, dann verliert er komplett seine Privatsphäre, weil die Standzeit, das Kamerabild irgendwo hin übertragen wird. Wenn Sie ein KI-System vor Ort haben, was das Bild anschaut, bewertet und nur, falls der Patient eben die Anzeichen zeigt, dass er Notarzt braucht, den Notarzt ruft und sonst dieses Bild gar nicht speichert, weil es eigentlich nur ausgewertet wird, dann erhöht es die Qualität für den Betroffenen und erhöht den Datenschutz. Und diese Möglichkeit bietet nur KI und das, glaube ich, wird eine ganz entscheidende Anwendung von KI sein überall. All diese ganzen Kameras sollen nicht die Bilder an irgendwelche Rechensendungen übertragen. Und das kann man eben mit KI erreichen. Also eine Chance, dass es da jetzt gerade noch diesen Spielraum gibt, dass man dem nicht ausgeliefert ist. Frau Simon noch dazu? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Also wir haben ja jetzt gerade im Kontext von diesen Corona-Apps eine Entscheidung gehabt, dass es da weggehen soll von einem zentralen, zu einem dezentralen Ansatz. Das war ja ein Schritt, den man auch nicht so vorhätte vorhersehen können, dass die Politik sich darauf einlässt, auf den dezentralen Ansatz. Das ist zunächst ja schon mal positiv. Man sagt, wir machen jetzt das über Bluetooth. Klarerweise ist man natürlich angewiesen auf die großen Player. Ohne Google und Apple geht dann da irgendwie nichts. Also da muss man halt irgendwie schauen, dass man die ins Boot holt. Aber offensichtlich gibt es jetzt ja diesen dezentralen Ansatz, was schon mal irgendwie sehr gut ist. Man muss sich allerdings auch keine Illusionen machen. Wenn solche Systeme als Infrastruktur irgendwann mal installiert sind, geht es natürlich darum, dass sichergestellt werden muss, dass man die auch wieder ausstellen kann. Und da ist natürlich dann irgendwie die Politik und der Gesetzgeber gefragt, dass man halt sagt, okay, was, also einerseits, dass diese Software, dass das für den Nutzern liegt, das selber auch wieder abzustellen, diese Funktion. Das, was passiert mit den Daten hinterher, werden die gegebenenfalls für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt, was ja noch in Ordnung wäre, in welcher Form, für wen. Und dass man nicht irgendwie eine Form von, sagen wir mal, Function-Creep hat, wenn das dann schon mal da ist, nutzen wir es auch bei der nächsten Grippewelle und bei den nächsten sonstigen Krisen, weil dann hat man ja die Infrastruktur Stenar und verwendet das. Also im Sinne von, wir sind angewiesen auf ein sehr bewusstes, demokratisches System mit Legitimationsgründen, wo man auch sagen muss, okay, das ist jetzt verwendet, aber dann muss auch sichergestellt werden, was passiert mit der Software, mit dem System, mit den Daten. Und wenn das der Fall ist, aber ich bin so mitteloptimistisch oder skeptisch, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, Herr Schemmel? Ja, ich wollte das gerade ergänzen, weil wir haben ja schon so ein System, nämlich unser Smartphone. Das kann uns alle die ganze Zeit abhören, kann filmen, kann uns den Ort wahrnehmen. Ist im Westen eigentlich kein Problem, aber in China wird das natürlich massiv benutzt zur Unterdrückung. Das heißt, es kommt absolut darauf an, dass die Gesellschaft wachsam ist und die nötigen Freizeiche da hat, um das durchzusetzen. Dann ist KI ein Segen für die Menschheit, denke ich. Im Zweifelsfall ist es halt ein weiteres Unterdrückungsmittel. Das liegt am Ende nicht an der Technik. Aber auch da besteht die Chance, meinen Sie, dass wir da, was unsere kleinen Abhörsysteme angeht, noch unsere Freiheit auch zurückgewinnen werden können? Also ich habe in Deutschland keine Sorgen im Moment. Also ich bin kein Prophet, also das sage ich oft. Und ich bin da auch im Moment nicht besorgt. Aber es ist ja so, Demokratie, Freiheit, Grundgesetz sind nicht unbedingt eine Errungenschaft für die Ewigkeit. Geschichte kommt mal so und mal so. Und wenn etwas anders kommt, dann finden eben zukünftige Regime, die eben nicht so schön demokratisch sind, diese wunderbare Technologie vor und haben dann da ein Arsenal zur Verfügung. Ja, um das Sie natürlich Mao, Hitler, Stalin, wer auch immer, Stasi grenzenlos beneiden würden, wenn sie das noch sehen könnten. Also das Risiko gehen wir einfach insgesamt als Weltgesellschaft ein, ja, dass da eben Dinge passieren können. Ganz einfach, weil die Mittel dann dafür auch da sind. Herr Schemmel noch abschließend. Ja, einmal geht das Risiko natürlich mit allen Technologien ein. Das ist die klassische Diskussion, die man ja im Prinzip bei jeder Waffe führt. Und zum anderen glaube ich, unsere Situation ist viel ernster, als man denkt im Moment, was Technik betrifft. Wenn man jetzt den Klimawandel anschaut und bei der Bevölkerungszahl im Moment ohne den Einsatz, sagen wir mal, neuartiger und modernster Technologien, werden unsere Enkel auf der Erde wirklich schwerer haben, als wir. Und wir müssen jetzt handeln. Ich denke, deswegen ist es wichtig, dass wir das Risiko technologisch eingehen, aber halt versuchen, der Symbole das in unserem Sinne auszugestalten. Umso schöner, dass wir in dieser Form trotz Corona miteinander kommunizieren und diskutieren können und diskutieren können hier in unserem Heiker-Symposium. Ich möchte jetzt einmal gerne mit Ihnen einen Blick werfen auf die Fragen aus dem Publikum. Wir haben ja viele Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich, die uns hier zuhören und zuschauen. Und ich schaue jetzt einmal nach, was da aus dem Publikum gekommen ist. Ich bin sehr gespannt, welche Fragen Sie an unsere Expertinnen und Experten haben. Die erste Frage richtet sich an Frau Hesen oder Frau Simon oder beide. Ist diese demystifizierende Sichtweise auf KI nicht ein bisschen fälschlich, da wir ja beispielsweise über Cambridge Analytica schon ganz handfeste Fälle haben, in denen KI für Einflussnahme genutzt wird? Ja, Frau Hesen? Ja, das ist ja genau eine demystifizierung. Da kann man ja Ross und Reiter sehr schön benennen, was da passiert ist. Da hatten wir natürlich auch nochmal so etwas wie Enthüllungsjournalismus, da hatten wir bürgerschaftliches Engagement. Da waren Leute, die haben sich gefragt, was passiert da eigentlich in Bezug auf Manipulation von Meinungsbildung und es wurde uns ja auch vorgeführt, was Cambridge Analytica kann und was diese Systeme können. Also das würde ich gerade nicht als Beispiel, also man kann es als Beispiel dafür verwenden, dass wir achtsam sein müssen und dass es teilweise berechtigt ist, Ängste zu haben in Bezug auf KI. Wir können aber auch sehen, dass es hier funktioniert hat, dass es hier Transparenz gab und Offenlegung, also dass das System tatsächlich eben auch teilweise zumindest mal funktioniert und KI kontrolliert werden kann. Es gab ja Konsequenzen in diesem Bereich. Was in der Zukunft passiert, ist dann wiederum was anderes und deshalb gibt es ja auch inzwischen so viele Diskussionen darüber, wie wir eine ethisch bessere KI herbekommen können und wie wir Zertifizierungssysteme in dem Bereich einsetzen können. Ja, vielleicht als Ergänzung, also es geht ja darum, ein bisschen zu unterscheiden, was sind denn berechtigte und unberechtigte Sorgen in Bezug auf KI. Und sozusagen bei der Demystifizierung ging es mir nur darum, zu sagen, sich Sorgen zu machen vor dieser künstlichen Intelligenz, die auf einmal menschenähnlich oder menschengleich oder über das menschliche Intelligenz hinaus in allen Bereichen, die wir so unter Intelligenz fassen, uns übersteigt. Das ist im Moment irgendwie Science Fiction und wann das kommt oder ob das kommt, können wir uns drüber streiten. Da würde ich mir im Moment keine Sorgen machen. Worüber ich mir aber extreme Sorgen machen würde, ist für den Einsatz von teilweise eben sehr simplen Verfahren, die überhaupt nicht intelligent sind, aber zu Zwecken, die hochgefährlich sind. Und dann ist es völlig egal, ob das maschinelles Lernen ist oder ob das eine simple, lineare Regression ist. Wenn das zu einem bestimmten Zweck eingesetzt wird, nämlich um Wähler zu manipulieren, um Leute zu diskriminieren, um sozusagen auf Basis von Daten sich vulnerable Gruppen rauszusuchen, also sprich, ich meine sozusagen der ganze Online-Marketing-Bereich basiert darauf, dass Profile gebildet werden über Nutzer, in denen dann irgendwie drinsteht, dem kann ich einen Kredit geben und dem keiner, weil dem ich vielleicht auch finde, ist jemand sozusagen gerade schuldenbelastet, kann ich dem einen teuren Kredit noch aufs Auge drücken oder ist jemand ein Spieler und kann ich dem dementsprechend, sollte ich dem Werbung für Casinos schalten. Also ich will damit sagen, die Anwendungsmöglichkeiten auch für simple, nicht intelligente Verfahren und die Böswilligkeit von Leuten daraus Profit zu machen, da habe ich ganz, ganz große Sorge für, aber nicht unbedingt da vor dieser übermäßigen Intelligenz von sehr simplen Verfahren oder mehr oder minder simplen Verfahren. Das war das, worum es mir ging. Also die Sorge zu haben vor den richtigen Gefahren und nicht vor den Fiktiven, die oft auch sozusagen so Scheinblendwerk sind, damit man sich mit den realen politischen, wirtschaftlichen und ethischen Problemen, die sich ergeben, aufgrund der Geschäftsmodelle und aufgrund von Ähnlichem sich damit nicht beschäftigt. Das war eher mein Argument. Vielen Dank an dieser Stelle für unseren Zuschauer oder unsere Zuschauerinnen. Die Fragen werden mir hier anonym weitergeleitet von unserem Chat-Team von Frau Raffaella Hillerbrandt, Juli Schwer und Paul Grünke. Und wir kommen zur nächsten Frage. Frau Simon, Sie sind nochmal gefordert. Ist die Formulierung einer algorithmusdeterminierten Software nicht etwas täuschen? Auch in diesem Fall hat ja ein Mensch den Algorithmus programmiert. Das ist schon richtig. Es ging uns darum zu unterscheiden, was das Verhältnis ist zwischen einer, sagen wir mal, einer algorithmischen Prognose oder einer Klassifikation und der darauf basierenden Handlung. Also um dieses Wechselverhältnis ging es. Es kann ja passieren, dass eine Software zunächst mal nur alles aufbereitet, dass sie bereits klassifiziert, sortiert, filtert oder dass sie bestimmte Entscheidungen schon durchexekutiert. Und das war uns wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Aber natürlich kann man sagen, auch diese Entscheidungen sind ja von irgendjemandem eingeschrieben worden. Aber auch die Art und Weise, wie die eingeschrieben wird, unterscheidet sich natürlich nach Art der Systeme, die ich verwende. Wenn ich das Determinierte, wenn ich deterministische Systeme habe, dann schreibe ich sozusagen schon die Entscheidungsregeln und auch die Richtungen von unterschiedlichen Parametern ein. Wenn ich verschiedenste Fahnen von, wenn ich unterschiedliche Verfahren des maschinellen Lernens verwende, kann ich zumindest die Zielvariablen steuern. Aber in anderen Verfahren trifft die Software sozusagen nur Unterscheidung, zum Beispiel in Bezug auf, wer ist ein erfolgreicher Kandidat und wer ist kein erfolgreicher Kandidat, auf Basis von Kriterien, die ich nicht vorgegeben habe, sondern die gelernt werden aus den Daten. Und da ist natürlich ein bisschen weniger so, dass der Entscheider oder der Anwender oder der Kandidierer schon selber entscheidet, wie der entschieden wird. Aber uns ging es tatsächlich eher um das Verhältnis zwischen Prognose, Statistische Analyse und der darauf folgenden Handlung. Vielen Dank. Noch einmal an Frau Hesen eine Frage aus dem Publikum. Können Sie die unterschiedlichen Ansätze und aktuelle konkrete Projekte zur KI-Zertifizierung einordnen? Sollten Zertifizierungen Domänen basiert sein, zum Beispiel Medizin und so weiter und oder technologiebasiert, maschinelles Lernen etc.? Ja, das ist eine komplexe Frage. Also es gibt in Deutschland verschiedene Initiativen, die sich damit beschäftigen. Die größte ist wahrscheinlich die KI-Normungs-Roadmap, also wo sich verschiedene große Forschungsinstitute zusammengetan haben, wo teilweise auch die Ministerien sich daran beteiligt haben. Was man sehen kann innerhalb dieser verschiedenen Ansätze, dass sie sich genau eben diese Frage auch stellen, wo Zertifizierungen überhaupt ansetzen sollen. Ich glaube aber, so einen gewissen Konsens herauslesen zu können, dass es immer tatsächlich um konkrete Anwendungsgebiete jeweils geht für KI. Also dass es gar keinen Sinn macht, jetzt nur technikbasiert zu bewerten, sondern dass man immer ein Mensch-Technik-Ensemble sich letztendlich anschauen muss. Also weil wir das Problem haben bei KI, oder das heißt Problem, also KI ist halt sehr offen verwendbar für alle möglichen Zwecke und wir müssen uns immer den genauen Zusammenhang anschauen. Also zum Beispiel KI für die Personalrekrutierung oder KI in der Medizin. Und in vielen Bereichen haben wir ja auch schon so eine Art TÜV oder Zertifizierung, zum Beispiel Medizinprodukte. Und dazu würde dann auch Medizinprodukt zählen, wo KI dann drin enthalten ist. Also die müssen geprüft werden, die kann man nicht einfach so losrennen lassen in so einem hochsensiblen Markt oder auch in Bezug auf die Verwendung von KI im Auto oder algoritmebasierten Anwendungen im Auto. Auch da muss es Prüfungen geben, da ist dann das Kraftfahrtbundesamt zum Beispiel für zuständig. Also da ist es schon domänisch-spezifisch tatsächlich. Meine Prognose wäre auch, dass wir weiter in diese Richtung gehen, dass man sich konkrete Anwendungen anschaut und daran dann die Zertifizierungsprozesse ansetzt. Danke sehr. Herr Grunwald, eine Frage habe ich hier an Sie. Worin liegt Ihrer Ansicht nach das entscheidende Potenzial von KI zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung jenseits der zumeist fokussierten Energieeffizienz? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also, klar, die Energie wurde ja auch schon genannt. Die bietet sich für ein bisschen an und ich hoffe auch, dass das gut läuft. Dann das große Feld der Mobilität, da bin ich leider ein bisschen skeptisch, weil die autonomen Fahrzeuge, also die Fahrzeuge sind kein Problem, aber wir wissen nicht, wie sich autonom gestützte Mobilität entwickeln wird, wie sich das Mobilitätsverhalten auch entwickeln wird. Da gibt es positive Erwartungen, aber es gibt auch Studien, die meinen, da könnte Individualverkehr weiter zunehmen und dann ist es unbedingt nicht nachhaltigkeitsförderlich. Ich erhoffe mir ein bisschen über internationale Zusammenarbeit, dass da auf einer Meta-Ebene sozusagen was passiert, was natürlich auch über Datenaggregation, Mustererinnung und so weiter, dass da mehr möglich sein wird, was auch die Kohärenz von Maßnahmen betrifft. Jeder, wo schon so vor sich hin, hat man manchmal das Gefühl, bis auf die ganz großen Konferenzen, Klimakonferenzen, wo aber oft nicht so viel rauskommt. Und in dieser Kohärenz, da denke ich, da ist noch eine Menge Potenzial drin und das kriegt man mit menschlicher, sagen wir mal, Auswerte-Routine nicht hin, weil es gibt so, so viele Maßnahmen und verschiedene Bereiche. Da glaube ich, kann KI auch ganz gut helfen. Aber das muss auch erst entwickelt und in Stellung gebracht werden. Das ist wirklich nicht mehr als eine Hoffnung im Moment. Ich habe hier noch eine Frage in die Runde, die ich dann gerne einmal an Herrn Schemmel und Herrn Wenzelburger weitergeben würde. Wie sehen Sie die Rolle von KI in der Entwicklung zu einer nachhaltigen Gesellschaft? Sehen Sie Gefahren durch den möglichen KI-Einsatz oder befördert KI die Entwicklung zur Nachhaltigkeit? Herr Wenzelburger, möchten Sie beginnen? Wir haben ein sehr interessiertes Publikum. Ja, super Fragen. Nachhaltige Gesellschaft, ich bin so ein bisschen sozusagen unsicher, was der oder die Autorin, die jetzt leider nicht im Raum sitzt, wo man noch mal hätte nachfragen können, das damit ganz genau meint. Also im Sinne von Umweltnachhaltigkeit, es gibt natürlich ganz viele Nachhaltigkeitsaspekte, die irgendwie eine Rolle spielen können. Ich glaube, grundsätzlich, wenn man auf die Gesellschaft schaut, dann ist es tatsächlich, und da bin ich auch bei dem, was Frau Heesen vorhin gesagt hat, es ist für mich auch eine Frage, in welchen Anwendungsgebieten wir ganz konkret über KI sprechen. Und je nachdem, wo wir hinschauen, kann es meiner Ansicht nach, muss es auch unterschiedliche Grenzen geben und kann es auch unterschiedliche Wirksamkeit von KI geben oder von unterschiedlichen statistischen Verfahren, die dort eingesetzt werden, um evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Grundsätzlich würde ich jetzt als Politikwissenschaftler und Policyforscher sagen, natürlich gibt es gerade auch in der öffentlichen Verwaltung Bereiche, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir über Evidenzbasierung, wenn sie sozusagen eingebettet in einen adäquaten Kontext, in einen Entscheidungskontext genutzt wird, durchaus auch zu nachhaltigeren Entscheidungen kommen können. Also denken wir zum Beispiel jetzt mal an finanzielle Nachhaltigkeit, was ja auch mit Verschuldung und Steuersoftware und solche Geschichten, da gibt es durchaus Dinge, wo ich mir vorstellen kann, dass uns das helfen kann, sozusagen gerechtere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank. Herr Schemmel, ich würde jetzt tatsächlich Ihnen die nächste Frage stellen, wenn wir auch schon so langsam zum Ende kommen, die auch tatsächlich an Sie gerichtet ist und an die Runde, also gerne auch Ergänzungen dann von den anderen. KI ist eine kreative Wissenschaft. Können denn dann KI-Anwendungen an sich kreativ sein oder werden? Kreativität ist jetzt ein Begriff, der ja eng mit dem Menschen verknüpft ist und wenn man jetzt die menschlichen Kriterien der Bewertung anlegt, dann wird es wahrscheinlich schwierig für KI in absehbarer Zeit kreativ zu sein, würde ich sagen. Gibt es Ergänzungen aus der Runde von den Ethik und Philosophie? Also ich denke schon, weil Kreativität ist ja gerade das Unerwartete, dass wir Menschen immer wieder hervorbringen, während KI soll ja das machen, was wir von ihr wollen und das beißt sich natürlich irgendwo. Sobald sie anfängt, etwas zu machen, was wir nicht wollen, ist sie ja entweder kaputt oder wir haben ein Problem und da passt was nicht zusammen von den Kategorien. Aber vielleicht nochmal das Unerwartete, das bringt die KI ja auch hervor. Also in dem zum Beispiel ganz unerwartete Muster erkannt werden, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Das ist ja auch so eine Art von Kreativität und ich bin da vorsichtig. Also ich denke schon, dass es teilweise auch eine bestimmte Zuschreibung zumindest geben kann von KI und Kreativität. Weil wenn wir uns anschauen, was wir als Menschen für uns in Anspruch nehmen, das ist nämlich, dass wir lernen von dem, was unsere Vorgänger und Vorgängerinnen erarbeitet haben, dass wir uns zum Beispiel verschiedene Kunstwerke anschauen und dann unser eigenes Profil vielleicht entwickeln. Genau das kann KI ja auch machen. Und wenn man dann nochmal, wenn sich ein Fehler in die Berechnung hineinschleicht, dann haben wir auch nochmal was ganz Unerwartetes. Also KI ist ja auch nicht immer perfekt. Also manchmal entstehen ja auch durch Fehler kreative Ansätze bei Menschen, genauso wie bei künstlicher Intelligenz. Also ich finde das schwierig, da zu einer starken Trennung zu kommen. Aber KI ist ja heutzutage nichts, was selbstständig agiert. Das heißt, entweder gibt es einen Anwender, der der KI kreative Ergebnisse entlocken will. Das sehen wir ja in der ganzen Zeit. Aber dann würde ich sagen, es ist eher ein Mittel zur Kunst dessen, der diese KI anwendet. Das sehen wir ja in der Musik. Gibt es KI-komponierte Musik und es gibt KI-generierte Bilder. Aber da ist nicht die KI das Kreative, sondern der KI-Anwender, der die KI dafür trainiert, diese Kreativen in seinen Augen oder in anderen Augen auch Ergebnisse zu erzeugen. Und dann gibt es den unvorhergesehenen Fall. Dann muss es aber jemand entdecken. Und dann wäre der Entdecker der Kreative nicht die KI in sich, weil die ja selber gar nicht merkt, dass sie was Kreatives geschaffen hat. Das meinte ich, dass dieser menschliche Aspekt der Kreativität nämlich zu erkennen, was wir überhaupt als unvorhergesehen annehmen und was uns kreativ erscheint, dass das halt die KI vollkommen abgeht im Moment. Frau Simon, wollten Sie noch ergänzend was dazu sagen? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das noch so wahnsinnig hilfreich ist. Aber im Grunde genommen hängt das einfach schlichterdings davon ab, was wir mit Kreativität meinen. Und da geht es um die Grundfrage, wie der Neues in die Welt kommt. Und es gibt bestimmte Leute, die sagen, es kommt überhaupt nie was Neues in die Welt, weil jegliche Form der Deduktion basiert schon auf dem, was vorher da war. Und es ist nur eine Weiterführung des Ganzen. Und dann könnte man sagen, dass gerade induktive Verfahren und datenbasierte Systeme sind ja schlichterdings induktive Verfahren, größtenteils, dass da am ehesten noch was Neues generiert wird oder was Spontanes. Aber das hängt einfach ganz schlichterdings davon ab, welche Assoziationen wir damit verbringen von dem Spektrum. Es kommt sowieso nie was Neues in die Welt, weil alles sich schon aus dem vorher Dagewesenen ableitet, sozusagen, bis hin zu eben anderen Thesen der Kreativität als diesem psychologischen Prozess. Und ja, meine fünf Cent. Wenn ich noch kurz meine Sicht als Musikjournalistin einbringen darf, es ist tatsächlich auch gerade in der Welt der Musiker und Musikerinnen so, dass auch diskutiert wird, ob KI tatsächlich auch bald die bessere Komponistin oder der bessere Komponist sein kann. Und da gibt es auch Diskussionen darüber, inwieweit da die Persönlichkeit beim Komponieren gewahrt werden kann. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage beziehungsweise noch zwei Fragen und die würde ich auch gerne beide noch stellen, da sie aus dem Publikum kommen. Einmal an Herrn Wenzel, Burger und andere. Ein enormer Teil der Infrastruktur und des Know-hows von KI ist ja in der Hand großer Konzerne. Ist nicht die aktuelle Gefahr weniger politischer als wirtschaftlicher Missbrauch? Stichworte Verhaltensmanipulation und Abhängigkeit, zum Beispiel Corona-App. Wie können wir uns als Gesellschaft davor schützen? Ja, spannende Frage. Also ich glaube, es gibt da zwei unterschiedliche und zwei unterschiedliche Ebenen, die ich mir da an der Stelle unterscheiden würde, glaube ich. Zum einen ist die Frage sozusagen, inwieweit machen es diejenigen, die sozusagen beispielsweise Software eben bereitstellen, die denn von Akteuren aus der Politik oder von Ministerien und was auch immer beschafft wird, inwieweit sind die tatsächlich bestimmten Transparenzkriterien verpflichtet. Und das können wir ja, das kann der Gesetzgeber, das können wir als Gesellschaft über unsere insidemokratischen Systeme zunächst mal festlegen. Und die andere Frage, das ist sozusagen der erste Teil. Und die andere Teil ist natürlich, was ist jetzt de facto, was findet hier de facto statt und wo sozusagen sind die Abhängigkeiten und wer ist sozusagen darauf angewiesen, bestimmte Daten, bestimmte Produkte eben von diesen großen Planeern zu holen. Das ist aber sozusagen mal noch eine ganz andere Frage, eher eine Frage von politischer Ökonomie, von Abhängigkeit von Wirtschaft und Staat, die man, glaube ich, nochmal auf eine andere Weise auch diskutieren muss. Da geht es dann eher um die grundsätzliche Frage, wie wir uns ein kapitalistisches System vorstellen mit Wettbewerb und eben mit großen Playern, die letztlich eben keinen Wettbewerb an der Stelle mehr zulassen. Dann ist noch die Frage reingekommen an Frau Simon oder Frau Hesen. Welche KI-spezifischen Kriterien der Forschungsförderung gibt es, zum Beispiel hinsichtlich Forschungsdatenplattformen? Sind diese besonders gut geeignet, um Kriterien der erwähnten Datenqualität anzuwenden? Eine Frage an Frau Simon oder Frau Hesen. Ich glaube, Frau Simon steht schon gerade in den Startlöchern. Es gibt natürlich unterschiedlichste Fördertöpfe für KI und für datenbasierte Systeme von den bekannten Fördergebern, also sprich irgendwie BMBF und DFG und was auch immer der Volkswagen Stiftung. Es gibt dann Forschungsförderung für so nationale Dateninfrastrukturen oder Forschungsdateninfrastrukturen. Da wird natürlich genau der Fokus darauf gelegt, dass bestimmte Daten aus der Wissenschaft so erhoben und aufbereitet werden, dass die in der Hinsicht der Forschung zur Verfügung gestellt werden können. Das wäre ein Aspekt. Und natürlich, was im letzten Herbst beim Digitalgipfel diskutiert wurde, ist eben diese DAIA-X, also diese Plattform, in der auch Industriedaten in bestimmter Art und Weise geteilt und zugänglich gemacht werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Antwort auf die Frage ist, aber das wäre jetzt so das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Frau Hesen, möchten Sie noch ergänzend? Nee, Frau Siemann hat es genau gesagt, was ich jetzt auch gesagt hatte. Dann hätte ich noch abschließend eine Frage aus dem Publikum, an alle gerichtet. Sie haben ja gesagt, dass die KI uns als Werkzeug verändert. So mit wird menschliche Kreativität und künstlich generierte Kreativität zusammenwachsen? Eine spannende Frage. Ja, Herr Schemmel? Ich glaube schon. Also ich denke, KI ist ein mächtiges Werkzeug, was den Menschen ganz neue Möglichkeiten, also kreative Möglichkeiten eröffnet, wenn man sie eben richtig nutzt. Und da würde ich gerne ergänzen, das ist wie bei anderen Technologien auch. Ja, jede Technologie hat uns neue Möglichkeiten gegeben. Viele haben uns die Welt neu verstehen und sehen geholfen. Und das wird ein allmählicher Prozess sein, denke ich. Und das kann ich mir in dem Sinne auch gut vorstellen, wie wir ja bisher nicht einfach Menschen und da die Technik sind, sondern wir sind ja in vielen Feldern einfach dauernd eigentlich sowas wie Mensch-Technik-Systeme. Und das wird die KI sicher auf eine neue Stufe gehoben, aber im Grundsatz, glaube ich, kennen wir das. Jetzt habe ich eine ganz kurze Frage an die Technik. Ich wurde gerade angerufen. Frau Kleber aus der Technik, haben Sie mich gerade versucht zu erreichen mit Informationen zum Abschluss unseres Panels? Nein. Alles klar. Ich wollte es nicht. Dann war es niemand aus der Technik, weil ich die Nummer jetzt nicht zuordnen konnte an dieser Stelle. Leichte Verwirrung, aber dann haben wir das geklärt. Vielen Dank. Herr Wenzelburger, Sie wollten auch noch etwas ergänzen zum Thema menschliche Kreativität und künstlich generierte Kreativität. Vielleicht ist es auch ein bisschen abseitig, aber was mir sozusagen immer wieder in den Sinn kommt, auch wenn wir über diese Mensch-Technik-Komplexe sprechen, ist tatsächlich, dass wir vielleicht auch gerade im Bereich der Verwaltung, aber auch in der Forschung kreativ sein können, natürlich wie wir KI einsetzen. Also man kann sich ja ganz unterschiedliche Systeme vorstellen, die dann vielleicht auch Kreativität befördern können, auch menschliche Kreativität. Also wandeln zum Beispiel spiele ich Informationen von einem KI-basierten System ein, wenn ein menschlicher Entscheider sozusagen oder eine Entscheiderin eine Entscheidung treffen soll. Soll das vorher passieren? Soll das nachher passieren? Soll das währenddessen passieren? Darf man vorher wissen, bevor er seine eigene menschliche Entscheidung trifft, was sozusagen die KI ihm an Entscheidungshilfen geben sollte? So, da kann man ja auch tatsächlich ganz kreative Lösungen finden, die man vielleicht auch dann unterschiedlich testen und in Situationen einsetzen kann. Also insofern denke ich auch, da gibt es auch tatsächlich Luft und Designmöglichkeiten, Luft nach oben, um hier kreativ selbst zu werden in der Kreation von solchen Entscheidungskontexten. Ich würde gerne an dieser Stelle mit den Publikumsfragen zum Abschluss kommen. Das waren jetzt auch alle Fragen, die mir weitergereicht wurden und würde gerne mit Ihnen, mit unseren Experten die Schlussrunde einleiten. Und ich finde, wie wir jetzt rausgegangen sind mit dem Thema Kreativität, das passt auch ganz wunderbar zu unserer kleinen Abschlussrunde. Erstmal vielen Dank nochmal an Raffaela Hillerbrandt, Juli Schwer und Paul Grünke, die mir die Fragen weitergeleitet haben und natürlich ans Publikum für die sehr spannenden und sehr differenzierten Fragen hier an unsere Experten. Und nun die Frage an die Runde. Was glauben Sie, welcher Future Skill für uns zurzeit bedeutsam ist? Welches Talent haben wir der KI vielleicht schon voraus? Und wenn Sie Kreativität sagen wollten, dürfen Sie das natürlich auch weiterhin sagen. Wir beginnen vielleicht einfach mal so der Reihe nach, wie ich es hier auf meinem Bildschirm sehe, mit Frau Simon gerne. Okay, das konnte ich nicht sehen, weil ich sehe natürlich Jessica als erstes. Deswegen war ich jetzt etwas aus der Luft gegriffen. Ich glaube, was mir als erstes eingefallen ist, ist Mitgefühl oder Empathie. Und das sehe ich auch on the long run nicht so wirklich verwirklicht in künstlicher Intelligenz, auch wenn es da Bemühungen zu emotionaler KI gibt, aber das ist dann doch was ganz anderes. Mitgefühl, sehr schön. Vielen Dank an Judith Simon vom Lehrstuhl Ethik in der Informationstechnologie der Universität Hamburg. Herzlichen Dank. Frau Hesen, wir machen mit Ihnen weiter. Ja, ich sage Verständigung. Also genau das, was wir hier gerade machen, Verständigung of Future Skills, das ist genau das, was KI eigentlich nicht kann, nämlich sich bestimmte Zwecke zu setzen und sich miteinander gemeinwohlorientiert und überindividuell zu verständigen auf bestimmte Wertorientierung. Das ist das, was zählt. Sagt die Leiterin des Forschungsschwerpunkts Medienethik und Informationstechnik der Universität Tübingen. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Herr Schemmel, was ist für Sie ein bedeutender Future Skill? Lösungen zu finden, wenn man keine Daten zur Verfügung hat. Was Menschen sehr gut können und auch in absehbarer Zeit, denke ich, der KI voraus haben will. Vielen Dank an Johannes Schemmel vom Human Brain Project der Universität Heidelberg. Herr Wenzelburger, ein Future Skill von Ihnen, der sehr wichtig ist für uns. Ja, ich habe das, das ist so diese Geschichte, die man in der Schule immer hat, wenn man der Reihen nachfragt, dann ist alles schon mal gesagt worden. Nein, ich war ganz nah, aber verlesen. Ich habe mir Diskursfähigkeit aufgeschrieben. Also tatsächlich das, was auch das politische Leben und das gesellschaftliche Verständigen über Ziele, Werte und letztlich die Zukunftsaussichten unserer Gesellschaft angeht. Diskursfähigkeit ist für mich sozusagen ein ganz zentraler Punkt, den ich bei der KI-Moment noch nicht sehe. Vielen Dank, Herr Wenzelburger. Und wenn ich das hinzufügen darf, ich fand es gar nicht schulmeisterlich mit Ihnen allen, auch nicht mit dem Handheben. Es war eine sehr, sehr spannende und lebendige Diskussion. Vielen Dank. Und zu guter Letzt kommen wir zu Herrn Grunwald, Ihre Future Skills. Was sagen Sie? Ja, also ich habe Glück gehabt. Herr Schemmel hat es angedeutet, aber noch nicht gesagt, was ich sagen will. Die Kraft, die Power der KI beruht ja auf der Kombination von Algorithmen und Daten. Ohne Daten ist ein Algorithmus nichts. Die Daten aber, die sind selbst aus der Vergangenheit. Und dadurch wohnt dem ganzen KI-Denken so ein Überstülpen von vergangenen Daten und Mustern, die man dort erkennt, auf die Zukunft an. Wir Menschen haben eine tolle Fähigkeit, wir können uns Zukunft gegen die Daten aus der Vergangenheit entwerfen. Positive, visionäre Zukunfte mit normativen Ideen im Hintergrund. Also wir sind nicht auf die alten Daten angewiesen. Wir können es auch mal versuchen, ob es dann passiert, erst mal nicht. Aber diese Fähigkeit, gegen die Daten zu denken, finde ich total interessant. Ein wunderbares Schlusswort vom Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse beim KIT, Herr Armin Grunwald. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an unsere Expertinnen und Experten. Ein virtueller kleiner Applaus von mir für Sie alle. Vielen, vielen Dank. Ich fand, es war eine sehr, sehr spannende Diskussion und hoffe und denke auch, dass es das Publikum so gesehen hat und hier gut teilnehmen konnte und viele Aspekte gewinnen konnte zum Thema KI. Ich möchte mich auch ganz herzlich noch bei den Verantwortlichen des Heiker-Symposiums bedanken und bei der Gastgeberin natürlich Frau Prof. Dr. Dr. Raffaela Hillerbrand, Geschäftsführer der Direktorin von Heiker und der Geschäftsführerin des Heiker-Managements, Frau Dr. Regine Kleber, verantwortlich für die technische Moderation auch heute Nachmittag zusammen mit Herrn Axel Fischer, der hier auch im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Ich fand, es war auch eine sehr gute Verbindung, alle sehr gut gehört, eine gute Tonqualität und Videoqualität und ein Dank gilt auch unserem Doktorandenteam im Chat, im YouTube-Chat Frau Juli Schwer und Herrn Paul Grünke und natürlich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer für Ihre Teilnahme, Ihr Interesse und Ihre Fragen, die Sie uns gestellt haben. Also vielen Dank auch an Sie, dass Sie dieses Format heute mitgestaltet haben. Mein Name ist Tana-Sophie Lücke und ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich sende viele Grüße aus dem Homeoffice und auch ein digitales Lächeln an Sie alle und sage an dieser Stelle herzlichen Dank und würde mich freuen, wenn wir das Thema dieser Form noch mal fortsetzen. KI im Dienste des Menschen, Fragezeichen, Möglichkeiten und Grenzen. Das war das Heiker-Symposium. Und ja, danke an die Expertinnen und Experten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen verbleibenden Abend. Vielen Dank, Herr Gaaf.